Wir wollen jetzt natürlich über die vergangene Woche sprechen. Missentat, es gab eine Petition, Matarazzo hat sich geäußert auf einer Pressekonferenz, Alexander Werder hat sich nochmal geäußert. Es geht im weitesten Sinne natürlich nochmal um die Verpflichtung von Sami Khedira, von Philipp Lahm, insbesondere auch um die Verpflichtung von Christian Gentner als Leiter der Lizenzspieler. Das Thema hat uns die komplette letzte Woche beschäftigt und ich bin mir ziemlich sicher, dass uns das Thema auch noch den Rest des Jahres begleiten wird. Am vergangenen Dienstag haben wir in unserer Comeback-Q&A, wenn man das so sagen kann, das Thema schon ausführlich besprochen, aber wie ich finde, trotzdem nicht von allen Seiten beleuchtet, Sebastian. Das muss ich ganz klar so sagen. Ein paar Punkte möchte ich nochmal aufgreifen und dann will ich natürlich auch über das Statement, das vom VfB am Freitag veröffentlicht wurde, sprechen. Es gab noch, habe ich auch gerade schon angedeutet, ein paar interessante Aussagen von Pellegrino Matarazzo, aber ich möchte zunächst loslegen mit einem Nachklapp zur PK vom Montag. Ich lasse direkt mal einen Einspieler laufen, Sebastian, und dann können wir gleich darüber sprechen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im Klub dann Erfolg erzielen können, wenn Präsidium, Vorstand, sportliche Leitung eine Einheit bilden. Eine Einheit bilden ist aus meiner Sicht die absolute Voraussetzung, um nachhaltigen Erfolg zu haben. Ich war immer ein Freund von kooperativer Führung. Kooperativer Führung bedeutet aber natürlich auch, dass wir alle bereit sind, verschiedene Perspektiven mit verschiedenen Impulsen, mit verschiedenen Erfahrungswerten in unsere Diskussionen mit einfließen zu lassen, um auf dieser Basis dann auch Entscheidungen zu treffen. So, das sagt der Mann, der ohne den wichtigsten sportlichen Entscheider im Klub mit einzubinden, einen Posten schafft, diesen besetzt und Mislintat somit in den Kompetenzen beschneidet, muss man ganz klar sagen. Und nochmal, ohne Absprache, weder mit Sven Mislintat noch mit Markus Rüth und auch nicht mit Pellegrino Matarazzo. Und ich finde, als Fan, als Mitglied, eigentlich auch als Aufsichtsrat, kannst du das nicht hinnehmen. Wobei man dazu sagen muss, der Aufsichtsrat war natürlich involviert und hat das genauso verbockt. Also die kann man da nicht mit rausnehmen. Und mit so einem Auftritt, finde ich, schadet halt Alexander Werle ein Stück bei dem Verein. Er gefährdet die Vertragsverlängerung mit Sven Mislintat. Denn nach so einer Nummer, da musst du dich halt fragen, wie sieht es da aus mit dem Vertrauensverhältnis? Also das ist ja mindestens mal angeknackst. Also wie willst du eigentlich in Zukunft noch miteinander arbeiten? Also kooperativ sicher nicht. Und ich habe es auf Twitter geschrieben. Ich habe es, glaube ich, gestern auch bei Leaks im Stream gesagt. Ich sage es jetzt nochmal. Eigentlich können wir wirklich froh sein, dass Sven Mislintat nicht direkt gekündigt hat. Denn ich hätte es so gemacht und ich hätte es auch verstanden, wenn Sven Mislintat gesagt hätte, das war es für mich. Er macht das nicht. Er macht das nicht, weil er, glaube ich, wirklich großen Respekt hat vor dem Club, vor den Mitarbeitern, vor dem Team und natürlich auch vor den Fans, klar. Und ich muss nochmal sagen, also wenn du das ein bisschen sacken lässt, was da auf dieser Pressekonferenz gesagt wurde, und du das Wissen einfließen lässt, was du inzwischen hast, ist das eigentlich nicht hinnehmbar. Ich weiß nicht, ob du das ein bisschen anders bewertest. Nee, das sehe ich ganz genauso. Und über die Art und Weise, wie die zwei oder die drei in dem Fall dann vorgestellt wurden, verpflichtet worden sind, das ist nicht gut. Und da sollte man auch wissen, dass da nicht nur ein Sven Mislintat da sehr verschnupft drauf reagiert, sondern auch die Fans. Weil das haben wir lange genug gehabt, dass irgendwelche Sachen gemacht wurden, wo ein Einzelner oder wenige dachten, das ist gut, aber anderen dachten, das ist nicht so gut. Und ich dachte, auch diese Zeiten hätten wir hinter uns. Jetzt nur meine Frage an dich, wie wird denn ein Mislintat in den Kompetenzen beschnitten? Weil ich meine, jetzt ein Gentner ist Leiter der Lizenzspielabteilung, ist in der Hierarchie unter dem Sportdirektor natürlich. Und im Zweifelsfall ist er, ich sage jetzt mal, Moischis Assistent. Also man könnte seinen Aufgabenbereich theoretisch auch so umreißen. Man kann natürlich auch sehr viele Kompetenzen geben, aber das ist ja wahrscheinlich dann doch eher im Bereich Mislintat angesiedelt. Also noch wissen wir ja überhaupt nicht, wie genau der Job aussieht von Christian Gentner. Gut, aber das weiß Christian Gentner auch nicht und das weiß auch Alexander Werner nicht. Da gebe ich dir recht, aber du hast ja definitiv mal irgendwo einen Bedarf gesehen, Christian Gentner dazuzuholen. So, und Christian, naja, sonst holst du ihn ja nicht. Also holst du ihn ja nicht, nur weil es... Du hast Bedarf genau, ihn zurückzuholen, also du hättest keinen Bedarf gesehen, was die Aufgaben betrifft. Warum holst du denn dann jemanden? Ja, aber also wenn ich jemanden verpflichte, ja, dann sehe ich ja irgendwie einen Bedarf für diese Stelle. Also so hat es ja auch erklärt, Herr Werner. Also wir haben nicht Christian Gentner zu uns geholt und suchen dann einen Job für ihn, sondern wir haben Bedarf gesehen, ja, als... Wir suchen jemanden für den Posten des Leiter-Lizenzspieler, so. Und dann hat sich Christian Gentner mehr oder weniger aufgedrückt für uns, weil er hat halt einfach alle Kompetenzen, die du für diesen Job haben musst. Dass das Kokolores ist, wissen wir ja alle. Genau, weil darauf wurde dann ja gesagt, man will dann seinen Aufgabenbereich in den nächsten Monaten genau umreißen. Also insofern hat man keinen Bedarf gesehen, was die Aufgaben angeht, sondern man hat Bedarf gesehen, was die Person Christian Gentner betrifft. Wie willst du da Bedarf sehen, wenn du nicht mit den zuständigen Leuten sprichst? Genau, genau. So, und jetzt die Einstellung der Kompetenzen sehe ich dahingehend, dass er ja, also er hat ja diesen Manager-Lehrgang gemacht und so. Und er will ja wahrscheinlich nicht Greenkeeper oder, weiß nicht, Zeugwart werden beim VfB, sondern er sieht ja seine Zukunft schon im Management-Bereich. Und das weiß ja auch, wenn Sven Mislintat. So, also wirst du den jetzt nicht dazu nutzen, um, weiß ich nicht, die Bänke vorher zu putzen, bevor sich die Spieler da draufsetzen. Kann sein, glaube ich aber nicht. So, er wird Aufgaben übernehmen, es hieß es ja auch, als Schnittstelle fungieren, zwischen Pellegrino Matarazzo und Sven Mislintat. Und in dem Moment, also wenn diese Rolle geschaffen wird, die es ja offensichtlich gar nicht braucht, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es da ein Bindeglied bräuchte. In dem Moment, ja, wo ich diesen Posten schaffe, muss ich ja irgendwo von Sven Mislintat, vielleicht auch von Matarazzo, vielleicht auch von Moischi, wer weiß es, von Markus Rüth irgendwie ein bisschen was abgraben. Sonst brauche ich den ja nicht. Genau, das können Kompetenzen sein, das können natürlich auch Aufgaben sein von denen, die drei sagen, habe ich eh keinen Bock drauf. Im besten Fall. Und du hast natürlich nochmal jemanden in deinem Team, ja, in Sven Mislintats Team, der dann einen guten Draht hat zum Vorstand und zum Aufsichtsrat. Weil das darf man ja auch nicht vergessen. Also man muss ja jetzt nicht so tun, als ob alle, weiß ich nicht, drücke ich das aus, alle, dass das komplette Trainerteam Bock darauf hat, dass es jetzt jemanden gibt, der immer brandheiß berichtet, was so im sportlichen Bereich abgeht. Manche Themen, die möchte man gerne für sich behalten. Und da findest du es immer ein bisschen komisch, wenn jetzt der Papa um die Ecke kommt, der Vorstandsvorsitzende sagt so, der Christian, der ist ja immer mit dabei. Der darf man mitspielen. Ja, und da kommen wir, glaube ich, der Wahrheit dann oder dem eigentlichen Motiv dann vielleicht schon relativ nahe, dass Sven Mislintat wirklich wiederholt betont hat, wie gut die Zusammenarbeit im kleinen Team mit Materazzo, mit ihm, mit Markus Rüth, mit Thomas Krücken funktioniert. Und ich glaube, dass die vier dann natürlich auch relativ viel alleine machen und autark machen. Und es kann natürlich sein, dass es dann auch welche beim VfB gibt, die sagen, ich finde das halt nicht ganz so geil. Und dann erweitern wir das Team doch und dann sind wir auch ein bisschen mit dabei. Also ich finde, wie gesagt, schon, dass das ein Einschnitt in den Kompetenzbereich ist, das vorhin Sven Mislintat. Und dazu kommt natürlich einfach, dass es ein Unding ist, wenn du da einfach mal jemanden hinsetzt und das vorher nicht mit der wichtigsten Führungskraft in Sachen Sportkompetenz in deinem Verein absprichst. Wir haben letzte Woche hier auch zwischen uns so ein bisschen drüber geredet und du hast ein gutes Beispiel gebracht. Das ist nichts anderes, wie wenn ich jetzt heute hierher gekommen wäre mit irgendjemand anderen und gesagt hätte, so Sebastian, der, weiß ich nicht, der Christian, der sitzt jetzt hier neben dir und macht den Chat. So, ohne dass ich mit dir vorher gesprochen habe. Wie würdest du das finden? Genau, also da sind wir uns komplett einig, dass das eine Art des Management ist, die nicht funktionieren kann. Und darüber hinaus, selbst wenn man es vorher abgesprochen hätte, muss man ja einfach sagen, man erweitert ein funktionierendes Team um eine Person, von der man gar nicht weiß, was sie überhaupt machen soll. Und dann fragt sich eigentlich jeder, ist das wirklich eine gute Idee? Und also aktuell würde ich sagen, nein. Wir hören uns mal den nächsten Einspieler an. Ich habe jetzt auch zwischen gestern und heute viel an Spekulation und Interpretation und Risiko und so weiter. Entspannt euch ein bisschen. Das tut eh gut im Leben, sich so ein bisschen zu entspannen, alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Und wie gesagt, können wir uns noch fünfmal so hier Runden drehen. Ich glaube, ich habe dazu alles gesagt. Ja, also sehe ich anders. Am Montag gab es ja immer noch Leute, die dachten, Sven hätte von der Nummer gewusst. Aber es war genau, ich sage es nochmal, das Gegenteil war der Fall. Ich versuche mich jetzt noch nicht gleich direkt reinzusteigern, aber in mir brodelt es schon ein Stück weit. Aber ich versuche mich nochmal ganz kurz zu beruhigen, weil es gibt vielleicht noch ein paar Themen, die wir vorher bearbeiten müssen, bevor dann der Blutdruck bei mir etwa steigt. Also wie gesagt, das Gegenteil war der Fall. Und wenn man sich jetzt nochmal vergewissert, auch was Alex Werle hier gerade gesagt hat, da kannst du nur noch mit dem Kopf schütteln. Also ich möchte es nochmal einfließen lassen. Nochmal wirklich Wort für Wort, was Alexander Werle hier in diesem Statement sagt. Ich habe jetzt auch zwischen gestern und heute viel an Spekulation und Interpretation und Risiko und so weiter. Entspannt euch ein bisschen. So, also er sagt uns Fans, wir sollen uns jetzt mal bitte entspannen. Es gibt keinen Grund zur Aufregung, es geht weiter. Das tut eh gut im Leben, sich so ein bisschen zu entspannen, alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Und wie gesagt, wir können uns noch fünfmal so hier Runden drehen. Ich glaube, ich habe dazu alles gesagt. So, es geht hier, hier geht es einfach nicht um einen kleinen PR-Fuck ab. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Hier hat der Vorstandsvorsitzende genau das vermissen lassen aus meiner Sicht, was ihn eigentlich auszeichnen sollte. Das sind Führungsqualitäten, interne wie externe Kommunikation und immer im Sinne des VfB Stuttgart. Diese Sache, also die ganze Nummer jetzt, bestätigt wirklich viel davon. Und Sebastian, du hast davon auch einiges gehört, was uns von vielen Köln-Supportern über Werle erzählt wurde. Dieses A, erstmal die alten Granten, beziehungsweise irgendwelche altverdienten Spieler nochmal an sich binden. Dann Dinge einfach so über Köpfe hinweg, ich sag mal entscheiden, einfach durchdrücken. Die Presse so ein Stück weit mit ins Boot holen. Das ist genau das, was uns die Leute erzählt haben. Auch so ein Stück weit, dass er das dann versucht, irgendwie mit so einer süffisanten Art gut zu verkaufen und so. Also rhetorisch dann einfach nochmal einen draufzusetzen und die Leute so für seine Idee gewinnen zu wollen. Das geht für mich nicht. Nicht in so einer Konstellation mit Sven Missenthardt und auch nicht mit Matarazzo, muss ich ein Stück weit sagen. Also das kann ich einfach nicht akzeptieren, weil ich persönlich, wenn ich dann den Satz höre, entspannt euch ein bisschen, dann sorgt das bei mir dafür, dass ich wirklich jede Entscheidung hinterfrage. Dass ich jeden Satz kritisch analysieren werde. Weil so einen Satz sagst du eigentlich nicht in so einer Situation, wo es darum geht, wirklich, ich sag's nochmal, einen verdienten und wichtigen Mitarbeiter im Verein zu halten. Sven Missenthardt, das Vertrag läuft aus. Und man kann das schon auch ein Stück weit als gezielten Angriff werden von Alexander Werle. Weil was soll es denn sonst sein, wenn du das alles hinter dem Rücken deines wichtigsten Mitarbeiters machst? Also das ist fast Sabotage, ich sag das nochmal. Genau, wobei das Ding ja halt ist, das darf man ja auch nicht vergessen, er hätte ja die hierarchische Macht einfach rauszuwerfen. Ja, mach halt. Eben, dann mach halt. Aber hat er die Eier nicht dazu? Weiß ich nicht. Und deswegen bin ich immer noch der Meinung, dass es auch sein kann, dass es einfach im Grunde eine Entscheidung ist von Alexander Werle, die vielleicht, ich nenne es mal machtstrategisch, vielleicht sogar begründbar ist, aber die Art und Weise überhaupt nicht geht. Also damit halt die betreffenden Personen nicht zu informieren. Und auch den Fans zu sagen, er sagt es der Presse, aber er meint ja auch die Fans, dass wir uns entspannen sollen. Und da frage ich mich, er muss doch wissen, was in den letzten drei, vier Jahren hier beim VfB hier in Stuttgart passiert ist. Und die Fans sind seitdem alles nur nicht mehr entspannt. Denn wenn wir entspannt geblieben wären 2019, dann wäre wahrscheinlich Dietrich noch Präsident. Und dann wäre der Datenskandal vielleicht nie zutage gekommen. Und wir sind, glaube ich, von Haus aus nicht mehr entspannt. Und das von uns zu fordern, finde ich schon relativ unverschämt. Aber ich finde, wie gesagt, diese ganze Art der Installierung der drei geht nicht. Aber darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass es vielleicht Sinn macht, diese drei oder vielleicht die zwei dann zu installieren. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, letzte Woche schon klar geworden. Das geht uns jetzt gar nicht so sehr, oder mir geht es nicht um Philipp Lahm oder Sami Khedira. Ich finde das schon gut, wenn du dir Sportkompetenz dazu holst. Vor allem, wenn du keine im Aufsichtsrat und im Vorstand hast. Also das macht einfach Sinn, keine Frage. Aber Christian Gentner, da frage ich mich halt schon, wo ist die Sinnhaftigkeit? Und wer bewertet die, wenn er noch nicht mal ein Anforderungsprofil hat? Also wie kann etwas Sinn machen, von dem er nicht mal weiß, was er genau machen soll? Also wie kann das sinnvoll sein? Und da fühle ich mich halt komplett verarscht. Ich sage dir, was ich denke. Ich glaube, die wollten, oder die, die das entschieden haben, und das ist ja nicht nur Werle, da gehört ja ein Aufsichtsrat dazu, Klaus Vogt. Die dachten, das feiern jetzt alle ab. Das finden alle geil. Das ist doch eine super Idee. Der Gente ist zurück. Der Sami, sowieso geil, ist er ja auch. Ja, klar. Philipp Lahm ist zurück. Ja, aber wir sind momentan in einer Situation, wo den meisten Fans andere Dinge wichtiger sind. Zum Beispiel Vertragsgespräche mit Sven Missenthal. Und dann sind wir beim nächsten Punkt. Dann gibt es die Petition. Die wurde am Dienstag, meine ich, auf Open Petition gestartet. Ich habe mir zuerst überhaupt nichts dabei gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nach ein, zwei Tagen und den vor allem schnell steigenden Unterstützerzahlen habe ich mich dann doch mal damit auseinandergesetzt. Und ich weiß, von vielen war die erste Reaktion. Und ich habe nicht gedacht irgendwie, was ist denn das für ein Scheiß? Das bringt doch alles nichts. Sondern das war für mich so eine Aktion, ich weiß nicht, die habe ich so mit einem Augenzwinkern aufgenommen. Und dachte so, ja, das ist eine lustige Idee. So ähnlich wie vom Blog aus Cannstatt damals die Messi-Aktion. Ja. So. Und ich finde dann trotzdem aber, dass es wichtig ist, darüber nochmal zu sprechen. Denn klar, du kannst mit so einer Petition weder Alexander Werde noch den Aufsichtsrat dazu zwingen, jetzt irgendwie, weiß nicht, sich mit dieser Bitte auseinanderzusetzen. Wir haben ja, glaube ich, auf Instagram schon mal beschlossen, dass wir es nicht Petitionen nennen. Weil du kannst im Endeffekt ja jetzt nicht einfach, wie gesagt, voraussetzen, dass diese Petition öffentlich irgendwie bewertet wird und dass man darauf eingeht. Genau. Es ist ein Feedback von VfB-Fans, die sagen, was da gerade passiert, finden wir nicht gut. Wir finden es sogar richtig scheiße. Und wenn so eine Petition dann von 10.000 Leuten unterschrieben wird, dann merkt man, okay, das sind nicht nur ein paar Querulanten oder Krakeler, die das blöd finden, sondern es sind halt wirklich viele Fans. Vor allen Dingen, wenn das, was in der Petition oder in diesem Feedback drinsteht, ja auch in der Presse zu lesen ist, auch auf Facebook zu lesen ist, auch auf Twitter zu lesen ist, muss man sich dann schon Gedanken machen, also dass es dann wirklich viele sind, die das nicht gutheißen. Ja, genau. Es geht einfach darum, dass man erstmal auf diese Sache an sich aufmerksam macht. Also, wie gesagt, du kannst natürlich Alexander Werner, den Aufsichtsrat, nicht dazu zwingen, durch diese Petitionen und durch die Unterschriften jetzt mit Sven Missentat Vertragsgespräche zu führen. Aber du zeigst natürlich schon ein Stück weit, wie viele VfB-Fans wirklich A, hinter diesem Weg von Sven Missentat stehen und wie viele sich eine Vertragsverlängerung wünschen würden. Genau. Übrigens, früher, vor der Ausgliederung, hätte man tatsächlich als Mitglied noch direkten Einfluss gehabt auf so eine Entscheidung. Ja, du meinst vor der Ausgliederung, ja, genau. Genau, also nur mal so. Ja, aber die hätte natürlich auch dann irgendwie strategisch gut fallen müssen. Genau, es hätte auch gedauert bis zur nächsten Mitgliedsammlung, bis zur nächsten Außerordentlichen und so. Das wird aber jetzt ja auch passieren. Genau, aber so Petitionen aufgesetzt, drei Tage später, 10.000 Unterschriften, finde ich super. Aber du hast ja jetzt auch definitiv den Effekt, dass du bei der MV 2023 mit Sicherheit eine Reaktion der Mitglieder auf diese Nummer haben wirst. Ja, aber das ist so weit hin und da spielt dann wirklich so viel Sportliches mit rein. Deswegen war das ja auch kein Zufall, dass der Veröffentlichungszeitpunkt so gewählt wurde, dass es eben kaum Reaktionsmöglichkeiten der Fans, Mitglieder geben konnte. Ja. Also stell dir vor, das wäre eine Woche früher kommuniziert worden. Ja, ja, klar. Dann hätte es keine Aussprache gegeben mit dem Wunsch nach weniger Salz und weniger Knoblauch. Ja. Ja, also in erster Linie geht es eigentlich darum, zu zeigen, dass man mit der Reihenfolge der Entscheidungen und mit der Gewichtung auch der Vertragsverlängerung, ja, beziehungsweise mit diesen Gesprächen über eine Vertragsverlängerung von Sven Missentat, dass man damit unzufrieden war. Und auch ein Stück weit mit der Außendarstellung. Weil das darf man ja nicht vergessen, wir sind jetzt gewohnt durch Thomas Hitzesberger, durch Sven Missentat, auch durch Pellegrino Materazzo, dass der VfB wirklich sich nach außen hin sehr, sehr gut verkaufen kann. Selbst die größten Krisen werden gut verkauft, ja, also das gelingt oder gelangt denn rein, wenn man über Thomas Hitzesberger spricht, muss man ja auch ein Stück weit in der Vergangenheitsform sprechen. Und jetzt siehst du da Alexander Werle und es hatte halt schon irgendwie sowas von so einer schlechten Comedy-Show, ja, und so möchte ich eigentlich so eine wichtige Entscheidung nicht präsentiert sehen. Das war für mich halt auch definitiv ein Grund, warum ich meine Unterschrift geleistet habe. Für mich war das einfach ein wichtiges Anliegen, mit meiner Unterschrift ein Zeichen in Richtung Vorstand und Aufsichtsrat zu senden, beschützt diesen eingeschlagenen Weg und zerstört ihn nicht. Und umso mehr Menschen diese Bitte dann unterschreiben, umso relevanter wird sie ja. Also die Presse hat es aufgegriffen, Werle, Tobias Kaufmann, Sven Missentat, auch Tobias Herwart, alle wurden damit konfrontiert. Und somit wird der Verein dann schon ein Stück weit gezwungen, sich einfach damit auseinander zu setzen. Muss man so sagen. Genau, und er macht es jetzt auch, also er wird gezwungen, aber es gab auch Zeiten, da er sich nicht damit beschäftigt. Also ich glaube, Dietrich hätte gesagt, lass es 100.000 Unterschriften werden, dann fühle ich mich noch geiler und mach gar nichts. Also aber mittlerweile, man sieht, Zeiten haben sich geändert. Also der VfB sieht sich dann auch genötigt, darauf zu reagieren, was ich dann erstmal per se gut finde. Finde ich auch gut, aber ich glaube, es war gar nicht mehr anders möglich, weil es waren einfach viel zu viele. Ja, ich denke, man hätte es versuchen können auszusitzen und dann lasst den VfB gegen Frankfurt 3-1 gewinnen, dann redet wahrscheinlich niemand mehr drüber, aber das ist halt Spekulation. Glaube ich nicht, weil für mich ist das, also es ist für mich ein digitales Dietrich raus. Das ist für mich vergleichbar mit der Thomas-Hitzesberger-Allee-Kampagne vom CC. Ja, nur halt, dass es nicht von den Ultras kommt, sondern es kommt, oder auch nicht aus der Blogosphäre, muss man dazu sagen, sondern es kommt halt von Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht so relevant aufgetreten sind als VfB-Fans, die halt im Stadion dabei sind, die Mannschaft unterstützen, die einfach den VfB ganz normal konsumieren und halt jetzt nicht so aktiv sind und dem VfB alles unterordnen. Genau, man kann es ja konkret sagen. Ich bin mir sicher, also gestartet wurde die Idee der Petition im Transfermarktforum und das ist ja jetzt eine Ecke, in der wirklich wahnsinnig viele VfB-Fans sitzen, auch mit viel VfB-Wissen, aber die selten dann aus dem Forum heraus in irgendwelche anderen Bubbles oder halt auch direkt auf den VfB-Auswirkungen hatten bisher und die jetzt auch gemerkt haben, hey, wir sind ganz schön viele und wenn wir denken, das läuft in die falsche Richtung, dann lass doch nicht nur im Forum was drüber schreiben, sondern lass doch mal was machen und das funktioniert und das finde ich halt toll und ich finde das ja wirklich gut, wenn Fans Initiative zeigen und halt ihren Kosmos quasi verlassen und sagen, hey, wir machen mal was und das ist jetzt völlig egal, ob es ein Transfermarktforum, Twitter, Blogger, Podcaster, wie auch immer ist, das kann dem VfB glaube ich nur gut tun und die Petition zeigt ja, hey, da tun sich so viele zusammen und das muss dann nicht ein Medium sein mit großer Reichweite, sondern es können halt einfach viele einzelne Forenbenutzer sein, die sagen, hey, wir sind alle einer Meinung, lass mal was machen. Aber da möchte ich ganz kurz noch einhaken, denn ich glaube nicht mal, dass Transfermarkt da so eine große Rolle spielt. Natürlich entstand diese Petition. Du brauchst halt einen Aggregator erstmal. Ja, aber ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass da 10.000 Leute von Transfermarkt darüber geschlappt sind. Ich würde behaupten, dass der Großteil der Zeichner mit Transfermarkt überhaupt nichts zu tun haben. Die meisten Fans sehen das und sind einfach tierisch sauer auf das, was da abgelaufen ist. Genau, die suchen sich halt ein Ventil und das ist die Petition und die muss erstmal jemand machen und die kam jetzt von da. Aber die war gut verfasst, es wurde gut begründet und du hast halt einfach verstanden oder man fühlte sich verstanden durch den Petitionsstarter, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Frau war oder ich glaube, es war ein Mann, habe ich irgendwo gelesen auf SWR oder so, aber die fühlten sich verstanden durch diese Petition und das war für die halt einfach genau das, was sie in dem Moment gedacht haben und deswegen zeichnen sie das Ding. Genau, das war der richtige Ton, zur richtigen Zeit angeschlagen und kam jetzt von dort, hätte vielleicht auch von woanders kommen können, aber kam jetzt von dort und die Leute haben sich da verstanden gefühlt und sie war schnell da. Ich finde es halt fast peinlich, dass es dann Leute gibt auf Twitter, die sich darüber lustig machen, also nicht nur auf Twitter, sind natürlich dann auch andere, müssen wir uns auch mit dazu zählen, also wir haben uns nicht darüber lustig gemacht, aber ich meine damit, ich nicht. Ich mache mich über alles ein bisschen lustig. Nee, 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 weil ich habe das mit Dietrich hier mitbekommen. Wenn dir das wirklich am Herzen liegt, mach dich das eigentlich nur noch schärfer und sorg dafür, dass du immer radikaler wirst. Also wir sind jetzt, denken jetzt sehr weit in die Zukunft, aber ich finde es wirklich wichtig, dass man sich einfach damit vernünftig kurz mal auseinandersetzt, weil es hat sich ja jemand die Mühe gemacht, da wirklich eine ordentliche Begründung zu schreiben. Also ich finde allein, das hat es einfach schon verdient, dass du dich damit auseinandersetzt und klar, dass du mal einen lustigen Tweet darüber ablässt, geschenkt, aber das ging ja weit darüber hinaus. Du hast ja auch, glaube ich, mit Vertikalpass die Petition geteilt. Ja, absolut, weil ich kann ja sagen. Mit einem Augenzwinkern. Nein, ich wollte es aber auch unseren, was sind das dann irgendwie, 17.000 Leuten auf Facebook sagen, hey, da gibt es was und wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt unterschreiben, dann macht das, aber das bringt ja keinen Sinn, das irgendwie nicht zu teilen. Man muss es sogar teilen, man kann dann für sich sagen, ich finde es eine blödsinnige Idee oder ich unterschreibe da nicht, aber man weiß doch genau, wenn man sieht, wie sich das entwickelt, es gibt genug VfB-Fans, die werden da unterschreiben und deswegen habe ich auch unsere Kanäle und unsere Reichweite genutzt, um die Petition zu teilen und natürlich habe ich aber auch, glaube ich, auf dem anderen Account dann mit dem Augenzwinkern drüber geschrieben, weil ich es halt irgendwie, ich hatte sowas auch nicht im Kopf, dass man sowas machen sollte, aber Petition machst du gegen Waldsterben, Umweltverschmutzung, sonst was, aber dann halt zu sagen, hey, Vertragsverlängerung, fand ich halt irgendwie kreativ und witzig, ja. Das fand ich aber auch völlig in Ordnung, aber es gab ja dann genügend Leute, die dir dann alles Mögliche erklären wollten, warum das alles Quatsch sei und was weiß ich und das fand ich, das war einfach too much. Also da haben sich welche ein Stück weit erhoben, da nenne ich überhaupt keine Namen, aber ich fand schon, dass sich da welche einfach erhoben haben und beschlossen haben, ja, also das ist Quatsch, das finden wir albern und fast schon kindisch und was weiß ich und das fand ich, ich fand es nicht so gut, muss ich ganz einfach sagen. Also es gibt genügend Sachen, die auch von Twitter ausgehen, die ich eher so meh finde und so eine Petition, die war valide und wie gesagt, ich wollte dann einfach auch mit meinem Account das nochmal teilen und mitteilen, um was es mir eigentlich geht, nicht um Einfordern irgendwelcher Gespräche, sondern ganz klar um das Zeichen, das gesendet wurde und auch erhört wurde. Denn abschließend zu dieser Thematik hören wir nochmal ganz kurz Alexander Werle und Sven Mislintat zur Petition und ich würde sagen, wir lassen Sven den Vortritt und hören uns mal an, was er zur Petition zu sagen hatte. Ja, es geht gar nicht darum, ob das gut tut oder nicht. Ich glaube, dass das, ich glaube, dass es ein klares Zeichen ist, dass wir etwas gut gemacht haben und ich glaube, es geht auch nicht nur um mich bei dieser Petition und ich möchte auch gar nicht derart im Mittelpunkt stehen, sondern es geht, es geht einfach darum, wie wir kommuniziert haben, wie wir klar erzählt haben, was wir sind, was wir tun werden, was wir tun wollen. Mit Anfang Thomas Hitzlsperger, Markus Rüth und meiner Zusammenarbeit, ein halbes Jahr später mit Rino, glaube ich, dass wir uns auch in der Art und Weise, wie wir eben damit umgehen, mit der Fehlerkultur, die wir integrieren, eben genau mit den Themen Teamfähigkeit, Teamorientierung, Zusammenhalt, endlich wieder tatsächlich auch sowas wie Zusammenhalt generiert haben und ich glaube, das wunderbarste Ergebnis haben wir gesehen gegen Köln, dass wenn eben alle an einem Strang ziehen und man geradeaus und in eine Richtung schiebt, dass das dann eben möglich ist und ich glaube, darum geht es auch am Ende in dieser Petition und ja und natürlich ist das auch ein Kompliment, ja. Er sagt es, also gerade dieser Zusammenhalt, den man gespürt hat, der war mir echt was wert, weil natürlich komme ich mir auch blöd vor, dass ich ein bisschen dazu abfeiere, aber es hat ja auch einen Grund, also ich mache das ja nicht irgendwie, weil der sich hier mit uns im Podcast gesetzt hat, sondern weil ich einfach A, ganz klar eine Strategie erkenne, die er verfolgt, ja, die für den VfB für mich aus meiner Sicht die einzig sinnvolle ist in der aktuellen Situation, wo du ganz einfach Gelder generieren musst, ja. Und was ganz entscheidend für mich ist, ist halt ein Sportdirektor, Sportvorstand, you name it, der mir in jeder Situation seine Vision so mitteilen kann, dass ich mich dahinter mit aufstellen kann und diesen Weg mitgehen möchte. Und das ist der ganz große Unterschied zu Alexander Werle. Wenn Alexander Werle spricht, habe ich das Gefühl, da hält einer eine Büttenrede. Tut mir leid, ist einfach so. So, und das geht nicht. Ja, ich möchte keinen Politiker da vorne sitzen haben, sondern jemand, der mich mit Leidenschaft mitnimmt, denn darum geht es im Fußball. Leidenschaft, Visionen, Ideen, ja, all das ist doch das, was sich dann im Endeffekt auch auf dem Platz widerspiegelt, ja. Aber wenn ich halt einfach so ein Politiker-Sprech höre und immer so ein Rumgeeier, nie Klartext und so, der ist doch scheiße. Ja, da steht uns so ein bisschen da, wenn ich den jetzt anrufe oder wenn der jetzt hier im Podcast sitzen würde, dem stellst du eine Frage zu seinem Weg, da hältst du eine ausführliche Antwort und stehst danach wahrscheinlich auf und klatscht. So, weil es halt einfach so gut ausformuliert ist und so klar auch ist, also es ist ja nicht nur Gelaber, sondern es ist konkret. Und der kann dir zu jedem Spieler sagen, warum was nicht funktioniert oder warum was besonders gut funktioniert hat. Und ich finde, deshalb können sich so viele Fans, so viele Mitglieder hinter diesem Weg vereinen und denen mitgehen und kämpfen auch so um den Weg, denn das hast du beim VfB Jahre, fast jahrzehntelang nicht mehr erlebt. Und jetzt kommt Alexander Werle und dann schaue ich auf die Vergangenheit in Köln. Wer war der Trainer? Welche Sportdirektoren gab es so? Wie lief der Weg des ersten FC Köln unter Alexander Werle? Wie hat er diesen Verein zurückgelassen? Und wenn ich das jetzt alles sehe und das ist sozusagen seine erste Maßnahme als Vorstandsvorsitzender hier beim VfB Stuttgart, dann schüttelt es mich. Da kriege ich Durchfall vor Angst. Sag ich dir so, wie es ist. Das ist die Sorge, die ich habe und deswegen unterzeige ich nicht diese Petition. Ich weiß nicht, ob du es irgendwie anders siehst oder ob ich da zu sehr bei Missend hat an seinen Worten hänge, sage ich jetzt mal. Du wählst halt Attribute wie Leidenschaft und so und dann haben wir vor einer halben Stunde, vor einer Stunde über das Spiel gesprochen und da sehe ich das nicht. Da habe ich es in der letzten Saison viel zu selten gesehen und da muss ich dann sage ich, er ist jetzt, wie lange da, dreieinhalb Jahre dann fast? Ja, seit 2019. Genau und wir sagen halt, der Weg ist geil und so weiter, dann steigst du mit Ach und Krach auf, spielst eine geile Saison, letzte Saison steigst du bis zur 90. Minute in der Relegation und jetzt bist du schon wieder auf dem Weg, der dich wieder straight Richtung Abstiegskampf bringt und da sage ich, ich finde das geil, ich wünsche mir auch, dass er total lange bleibt, gilt auch für einen Trainer und ich finde den Weg auch gut, aber irgendwann muss der Weg auch mal sportlich irgendwie besser aussehen, weil sonst habe ich, weiß nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Wird halt nicht besser durch Christian Gentner, kann ich dir schon mal sagen. Das mag sein. Deswegen musst du aus meiner Sicht zuerst diese Personalie klären, wer bestimmt deinen sportlichen Weg. Wenn du eine Meinung bist, wer ein bisschen tat, ist es nicht, musst du dich trennen. Genau und das hätte ich mir dann auch gewünscht, dass man nicht irgendwie vielleicht auch durch diese Personalie Gentner so eine Attacke von hinten, wie quasi vielleicht auch einen offenen Brief, dass man sagt, man hofft vielleicht, dass er hinwirft oder so, brüskiert, kündigt oder so. Da wünsche ich mir, dass man halt genau sagt, warum man das gemacht hat und warum man vielleicht auch sagt, dass ein Sven-Missintat vielleicht aus Sicht des Vorstands zu viel Macht sich erarbeitet hat, die ihm hierarchisch gar nicht zusteht. Aber wir sind uns ja auch einig, dass die Konstellation Hitzelsberger-Missintat eine ganz besondere war, weil Sven-Missintat einen Sportvorstand über sich hatte, der gesagt hat, mach mal. Du machst das schon, ich halte mich da komplett raus. Ich glaube eher, ich will dich kurz unterbrechen, weil mir das wichtig ist, ich glaube noch nicht mal so sehr, dass es nur dieses Machmal war, sondern überleg mal, wie sie uns ihre Idee verkauft haben. Die haben gesagt, wir haben uns hingesetzt und haben uns Gedanken gemacht, was wollen wir mit dem VfB erreichen? Er hat Sven-Missintat und auch Thomas hat aufgezählt, welche tolle Vergangenheit hier beim VfB, welches es da gab, welche tollen Erfolge man hatte und man kam halt zu diesem Entschluss, ja, wir wollen einfach die jungen Spieler wieder in den Fokus setzen und wir möchten geilen Fußball spielen. Der VfB steht nicht für Arbeiterfußball, das ist nicht Malochen, passt nicht. Der VfB steht auch nicht irgendwie für das Verpflichtungskonzept von Union, also das heißt, gestandene Spieler verpflichten und das Maximale aus denen rauspressen, ist auch ein Weg, aber dafür steht der VfB so historisch nicht, sondern wir stehen einfach für geilen Fußball und junge Spieler. Und ich habe das jetzt in meinen Worten ausgedrückt. Ja, genau. Die beiden, ja, aber die beiden haben diese Idee komplett ausformuliert, die haben sich ja viel detaillierter damit auseinandergesetzt, was sie jetzt machen wollen. Genau, aber wenn du jetzt sagst, ich stehe für geilen Fußball, sag ich, klar, ich wähle dich, aber dann... Nee, nee, das wird ja unterfüttert. Ja, du hast dann... Ja, aber wir sehen keinen geilen Fußball, das ist ja das Problem. Moment, Moment, ja, das hat ja auch Gründe. Ja, das hat immer Gründe. Ja, aber es ist ja wichtig, die zu benennen. Es gibt ja einmal den Grund, dass dein Trainer ein Depp ist und einfach nichts auf das Spielfeld bringt. Das mit dem Depp beziehe ich jetzt nicht auf den nächsten Namen, den ich anspreche, aber du hast halt einen Tai-Fu-Kor-Code, der Spiele gewinnt und weißt gar nicht, warum. Ja, es liegt definitiv nicht am Trainer. So, und jetzt hast du vielleicht einen Trainer, der keine Spiele gewinnt und vielleicht auch nicht weiß, warum. Und vielleicht liegt es nicht nur am Trainer, sondern an anderen Umständen. Aber jetzt, warte mal, ganz kurz. Ja. Der Aufstieg, den hast du angesprochen. Das hat der VfB geschafft. Es war alles wackelig, keine Frage, wussten wir vorher. Ja, es hieß sogar mal eine Zeit lang, dass der VfB jetzt nicht diesen Druck hat, direkt wieder aufsteigen zu müssen. Später wurde das revidiert. Aber da haben wir uns alle auch irgendwie so mit committed, war mein Gefühl. Wir haben uns natürlich gewünscht, dass es uns wieder gelingt, direkt hochzugehen. Aber am Anfang, ich weiß auch hier bei uns im Podcast haben wir darüber gesprochen, okay, jetzt muss das natürlich erstmal funktionieren mit diesem Umbruch, was weiß ich, 40 Transferaktivitäten oder so. Es war brutal, was da abging. Aber wir erkennen den Plan, junge Spieler, Trainer, Tim Walter, neues System und so, wir haben Bock drauf gehabt. So, die schaffen den Aufstieg. Mit Ach und Krach gebe ich dir, keine Frage. Dann siehst du diese Mannschaft in der Bundesliga performen. Und dann passiert was, was in diesem Weg so ein Stück weit mit eingepreist war, nämlich dass Spieler sich für den nächsten Step bewerben und den Verein dann verlassen. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt in diesem Weg. Es war nicht vorgesehen, dass man Jahr für Jahr so hohe Transfererlöse erzielen muss. Also du kannst diesen Substanzverlust nicht auffangen, weil das Geld fehlt. Du musst wieder Wetten eingehen, du musst Spieler, du musst im Endeffekt genauso wieder verpflichten, wie in diesem ersten Zweitliga-Jahr. Du musst zocken, du musst viel früher dran sein als alle anderen. Du kannst nicht sehen, ob sich der 18-Jährige jetzt tatsächlich im Seniorenbereich so entwickelt, wie du es vermutest, sondern du musst einfach zocken, so ein Stück weit. Wetten hast du es immer genannt. Finde ich perfekt beschrieben. Du musst einfach immer wieder lose ziehen und hoffen, dass da jetzt der Toppreis drin ist. Und ich glaube, wenn der Weg normal gelaufen wäre, wäre es so gewesen, dass dich zum Beispiel Nico Gonzalez verlässt, später dann Gregor Kobel und so weiter. Und du kannst dann, ich sag mal, 60, 70 Prozent wieder reinvestieren. Und trotzdem kann es dir dann passieren, dass du dann dich vielleicht verschlechterst. Aber trotzdem, du kannst mehr reinvestieren und musst nicht immer wieder relativ weit unten anfangen, und darauf hoffen, dass deine Verpflichtungen dann den nächsten Step machen. Nebenbei hat der Samy sind halt noch was anderes aufgebaut. Nämlich er hat perspektivisch Leute geholt wie Naui Ahamada, weil er wusste, irgendwann geht ein Mangala. Aber ich glaube nicht, dass er die nur geholt hat und nur auf die gesetzt hat, sondern die Idee war wahrscheinlich schon noch dann irgendjemanden mit dazu zu holen. Wir wissen, wir können das ja jetzt auch erzählen. Er hat uns damals erzählt, wie er sich um Krisha Brümmel bemüht hat. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig gewesen nach dem Gespräch, dass der VfB den wahrscheinlich bekommen hätte, wenn das mit dem Abstieg früher geklärt gewesen wäre, also sprich mit dem Klassenerhalt. Genau, mit dem Klassenerhalt, ja. Ja, so. Und da sieht man ja, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwelche Wetten und was weiß ich einzulösen, sondern er hat da schon ein großes Bigger Picture sozusagen und erkennt auch, wo Probleme auftreten können. Aber ein Krisha Brümmel bekommst du halt nicht, ja, für ein Appel und ein Ei, das ist das eine. Gut, er wäre jetzt ablösefrei gewesen, aber trotzdem, du musst dem Spieler natürlich auch ein Stück weit was bieten und dass er nicht von Union in die zweite Liga wechselt, ich kann es nachvollziehen. Ob er jetzt dann nach Hoffenheim gehen muss, ist ein anderes Thema. Willst du noch was ergänzen oder sollen wir uns Alex anhören? Nee, aber das war ja nicht unbedingt mein Punkt inhaltlich, sondern eher... Okay, sag mal mal deinen Punkt. Mein Punkt war ja eher hierarchisch, du hast einen Sportdirektor, der von seinem Vorgesetzten unfassbar viele Freiheiten und Kompetenzen bekommen hat. Weil sich der Sportdirektor, ich würde sagen, der hatte das Bigger Picture, hatte eine Philosophie, wollte eine gewisse Art von Fußball spielen lassen, aber wie man das jetzt bewerkstelligen soll, behaupte ich mal, hatte er jetzt nicht so den Plan. Das hat er Missintheat machen lassen. Thomas. Genau. Und ich würde sagen, Missintheat hat als Sportdirektor wahrscheinlich eine Entscheidungsfülle, die er nirgendwo anders haben würde. Die er sich erarbeitet durch gute Entscheidungen und natürlich auch durch die Konstellation mit Thomas Hitzelsberger. So, und jetzt kommt halt ein Nachfolger von Hitzelsberger und der sagt, na, ich bin jetzt hier Vorstandsvorsitzender, ich bin Sportvorstand und ich möchte ein bisschen mitreden. Und das steht mir ja auch zu, weil ich bin ja so ein Vorgesetzter. Und dann sagt dann vielleicht ein Sportdirektor, ja, bisher war das anders, ich will das nicht. Und dann sagt halt dann der Vorstandsvorsitzende, naja, aber ich bin dein Chef eigentlich, ich bin dein Vorgesetzter, das machen wir jetzt so. Und ich glaube, aus so einer Situation entsteht dann natürlich so ein Ränkespiel, so ein Schattenboxen, sich gegenseitig auf die Nerven gehen. Was dann beim VfB aus meiner Sicht jetzt halt so weit ausgeartet ist, dass man dann vielleicht sogar die Zukunft, die nähere Zukunft des Vereins aufs Spiel setzt. Das ist es. Das ist es, genau. Aber das ist ja Quatsch. Also entweder hat dann, also nicht deine Ausführung ist Quatsch, sondern… Auf die kann Quatsch sein. Nein, 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 das meinte ich damit nicht, sondern ich finde es halt schwierig, wenn du dann nicht weiter kommunizierst, das ist das eine. Genau, aber ich beziehe da beide Seiten ein, muss ich sagen. Hast du Informationen, dass Sven Missin halt nicht kommunizieren wollte? Also zu mir hieß es dann auch mal, er hätte Termine abgesagt und so. Ich kann es ganz konkret machen. Also ich meine, wenn ich ihn unbedingt darüber in Kenntnis setzen möchte, das was passiert, ich muss noch nicht mal sagen, was passiert, aber das was passiert, werde ich diese Möglichkeit bekommen. Weil, das ist ja das Nächste. Ach, Internas, immer so eine Sache. Mir geht es gar nicht darum, wer was wann mal abgesagt hat. Ja, aber das ist doch wichtig. Nein, und wer wann wo, wie im Urlaub war. Mir geht es nur darum, man muss ja einen Kompromiss finden. Ich glaube, der eine will Kompetenzen nicht abgeben, der andere will, dass Kompetenzen abgegeben werden. Ich glaube noch nicht mal, dass er nicht Kompetenzen abgeben möchte. Ich glaube, ihm ist es viel wichtiger, dass er komplett informiert wird, wenn es um seinen Bereich, um seinen Ressort geht. Absolut, und da hat er ja auch komplett recht. Aber ich glaube, dass eine Situation so eskaliert, würde ich sagen, gehören fast immer zwei dazu. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwas weiß, sondern weil ich einfach das einfach mal vermute. Ich glaube, die eine Seite hat jetzt viel zu extrem eskalieren lassen. Das ist gut möglich. Was man nicht vergessen darf, also ich bin ja bei dir, dass man darüber diskutieren kann, ob ein Sportdirektor nicht irgendwo mal in seiner Machtfülle beschnitten werden sollte. Nur, was auch zum Beispiel hier von, wie ist der Typ, der Trost beim Doppelpass letzte Woche war, was da komplett vergessen wird, ist, dass Sven Missentat, der kann Ideen haben noch und nöcher, entscheiden kann er nichts. Weil, wenn Sven Missentat einen Spieler verpflichtet, muss der zu Alexander Werle gehen. Und dass es so ist, hat Alexander Werle ja ungefähr 9000 Mal bestätigt, weil er gesagt hat, wir haben zusammen 17 Transfers gemacht und was weiß ich. Also, Sven Missentat braucht diese Unterschriften von zwei Vorständen. Und du glaubst ja nicht im Ernst, wenn der Vorstandsvorsitzende ein Problem hat mit einer Entscheidung von Sven Missentat, dass die beiden anderen Vorstände... Da werden nicht der Finanz- und der Marketingvorstand unterschreiben. Also, das wird nicht passieren. Das heißt, im Endeffekt hat Alexander Werle ja schon die Möglichkeit, dann ein Stück weit darauf einzuwirken, was da so passiert. Ich mache mir halt Gedanken, ob es nicht andere Gründe gibt, warum man sich von Sven Missentat trennen möchte, weil es vielleicht Leute gibt, die keinen Bock mehr haben auf ihn. Nur, auch dann gehe ich so mit Leuten nicht um. Also, wenn ich zu der Erkenntnis komme, ja, das passt nicht mehr so richtig, dann habe ich entweder die Eier und kommuniziere das direkt. Da könnte ich jetzt... Also, das ist jetzt wirklich einfach nur eine Vermutung. Könnte sein, dass sie einfach Angst haben auf das Echo der Fans und darauf spekulieren, dass Sven selber hinwirft. Das wäre schäbig, wenn das so wäre. Ja, und man könnte auch einfach in den Dialog gehen und versuchen, das, ich sag mal, so hinzubekommen, dass am Ende keiner als richtiger Verlierer rausgeht und der VfB insgesamt als Gewinner. War schon schwierig genug. Jetzt hast du genau das Gegenteil erreicht. Genau, wir sind alle Verlierer. Das haben wir ja schon oft erlebt. Also, das kennen wir ja beim VfB. Das war bei Hitzelsberger und Vogt das Gleiche. Da gab es auch nur Verlierer. Die zwei, der Verein, die Fans. Und da steuern wir jetzt auch wieder darauf hin. Und du hast gesagt, Dialog ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, da noch irgendwie was zu retten. Jetzt hören wir uns mal an, was Alexander Werle, wir sind wieder bei der Petition, über diese zu sagen hatte. Ich finde es erstmal gut, dass sich unsere Fans ja auch für den VfB interessieren und dass sie mitleben. Das ist ja auch Transparenz und Demokratie. Das finde ich gut, dass es da auch Reaktionen gibt. Natürlich hat mich ein Stück weit überrascht, denn die Entscheidung, sag ich mal, mehr sportliche Expertise zuzulassen mit Semigitira, Philipp Lahm, Christian Gentner ist eine gute für den VfB. Das heißt, unterschiedliche Perspektiven helfen uns ja auch weiter. Und auch Sven Mislintat hat es ja dann auch gestern auch bestätigt, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit den dreien freut. Und am Ende geht es um die Entscheidung und die ist, glaube ich, eine positive für den VfB. Auf den letzten Satz komme ich später nochmal zu sprechen, weil den finde ich nochmal ganz wichtig. Jetzt möchte ich ganz kurz über die Spieltags-PK am Donnerstag sprechen, die ich mit Spannung erwartet habe, weil natürlich klar war, dass Pellegrino Materazzo zu den aktuellen Entwicklungen befragt werden wird. Ich denke mal, so ging es den meisten VfB-Fans. Wie äußert er sich da? Und was auch auffällig war, also zum einen wurde ein Umlauf gebracht, dass Sven Mislintat, wie gesagt, Termine abgesagt hat. Also ich kann es mal so sagen, es hieß ja, er wäre mehrere, also zu mir ist es einmal mehrere Wochen im Urlaub gewesen. Das stimmt nicht. Stimmt definitiv nicht. Genaue Angaben mache ich nicht, um keine Quellen zu verraten. Aber zwei Wochen waren es definitiv nicht und es waren auch keine sieben Tage. Das ist das eine gewesen, was auch noch in Umlauf gebracht wurde, war das Gerücht, dass es zwischen Sven Mislintat und Pellegrino Materazzo einfach nicht mehr stimmen würde. Also der Trainer sei angeblich mit manchen Transfers unzufrieden und er will sich nicht immer reinreden lassen von Sven Mislintat und sowas. Das wurde so ein Stück weit gestreut, also macht man natürlich Folgendes, wenn man die Möglichkeit hat, man hört sich so ein Stück weit um und erfährt dann relativ schnell, davon ist nichts wahr. Jetzt habe ich mir, also wir, nicht nur ich, haben ja Gott sei Dank inzwischen die Möglichkeit, nicht nur mit einer Person zu sprechen. Früher war es so, wir konnten nur mit einer Person sprechen und die hat uns angeschrien, weil sie uns angerufen hat und die ist Oliver Schrafft. Das war noch Zeit. Das war noch Zeit. Das vermisse ich ein bisschen, oder? Du doch auch, oder? Dass irgendwie am Tag nach der Aufnahme das Telefon klingelt. Ja, ich musste immer super drüber lachen, wie Oliver Schrafft versucht hat mit seinen Mitteln, mit denen er sonst die lokale Presse so ein Stück weit an der Leine hält, das auch bei uns versucht hat. Und wir einfach gesagt haben, du Olli, ja, ist schön für dich, aber ist uns halt scheißegal. Das ist eh schon versendet, ja. Aber zurück zur eigentlichen Sache. Also man hört sich so ein bisschen um und wie gesagt, nichts davon ist wahr. Also das sind gezielt gestreute Falschinformationen. Ich weiß nicht von wem. Das können User auf Twitter sein, das können welche aus dem Verein sein, das können Journalisten sein. Ich weiß nicht von wem, ich weiß nur, diese Informationen, die da gestreut wurden, sind falsch. Und da fragt man sich natürlich schon, wo wir da inzwischen gelandet sind. Das sind ja fast schon putinische Verhältnisse dann beim VfB. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht von wem diese Lügen in den Umlauf gebracht werden, ja. Aber das ist schon schwierig, muss ich sagen. Und jetzt auf der Pressekonferenz, um da wieder zurückzukommen, wurde Peter Kino Materazzo natürlich zum Verhältnis zu Sven Missentat befragt. Und ich würde sagen, wir hören mal rein, was Rino über das Verhältnis mit Sven zu sagen hatte. Ich habe von Anfang an erzählt, dass es inhaltlich schon zur Sache geht, dass es auch sehr heiß werden kann. Und das ist aber normal. Meine Beziehung zu Sven hat sich sicherlich auch in den letzten Monaten und Jahren auch sich entwickelt. Wenn ich komme als Neuling in der Zweiten Bundesliga, dann erstmal tut man Fuß fassen und alles kennenlernen. Aber die Diskussionen, der inhaltliche Austausch war immer da. Und dass es ab und zu dann knallen kann, das ist auch normal. Das ist ein normales Spannungsfeld zwischen Sportdirektor und Trainer. Und ab und zu gibt es so ein, zwei Tage, wo man nicht miteinander spricht. Aber das ist ganz normal, wenn man dann wieder zurückkommen kann und sich fokussieren kann auf die Aufgabe. Und das finde ich weiterhin eine sehr konstruktive Arbeit mit Sven und auch erfolgreich. Also es gibt kein Problem zwischen Sven und Rino. Meinungsverschiedenheiten ja, Diskussionen ja, aber alles, um in der Sache voranzukommen. Das haben beide so oft erklärt. Missin hat das auch schon angemerkt. Also er mag es ja auch, sagt er immer wieder, gechallenged zu werden. Das ist ja so sein Spruch. Und genau das beschreibt Matarazzo in dieser PK. Und ich finde es irgendwie erbärmlich, dass wirklich versucht wird, da wieder irgendwie so ein Zwist herbeizureden. Weil das ist ja offensichtlich nicht nur irgendwie auf Twitter rumging. Das zeigt ja auch, dass die Presse darauf anspringt. Aber spannend finde ich, wie er beschreibt, dass er sich quasi auch so ein Stück weit emanzipiert hat. Vom A-Jugendtrainer, der in der zweiten Liga zum großen Traditionsverein kommt, bis zum gestandenen Bundesliga-Trainer jetzt, der in der Rangliste der dienstältesten VfB-Trainer mittlerweile relativ oben ist. Also finde ich auch spannend, die Entwicklung. Aber ist das nicht super? Das muss doch sein. Und ist es nicht auch toll, dass es einen Sportdirektor gibt, der sowas zulässt? Es gibt auch andere, die lassen sowas nicht zu. Nein, es ist alles super, wenn wir mal wieder Spiele gewinnen würden. Sebastian, klar, am Ende entscheidet das Sportliche über die Zukunft des Trainers, auch des Sportdirektors und über jeden Spieler. Keine Frage. Genau, das ist ja so ein Stück weit mein Problem. Auch wenn man dann im Hinterkopf hat, dass Materazzos Vertrag verlängert wurde in der zweiten Liga, also schon relativ schlecht aussah, dass dann im zweiten Step dann Misshintert sein Schicksal quasi mit dem vom Trainer verknüpft hat. Und dann frage ich mich, will man jetzt wirklich oder feiern wir es jetzt wirklich mit dem Sportdirektor zu verlängern, der sagt, solange ich da bin, entlasse ich den Trainer nicht, der jetzt seit acht Spielen nicht mehr gewonnen hat und der im ganzen Kalenderjahr drei Spiele gewonnen hat. Das ist für mich doch noch ein bisschen problematisch, weil ich finde, es kann nicht sein, dass sich gerade die sportliche Führung, die direkt sportlichen Verantwortlichen von den sportlichen Ergebnissen entkoppeln. Also das schaffst du vielleicht, wenn du Markenbotschafter bist, das schaffst du vielleicht noch, wenn du Präsident bist, dass du auch gut dastehst, obwohl dein Team ständig verliert, weil du so ein cooler Typ bist. Aber das darf nicht sein, dass der Trainer und der Sportdirektor von den Leistungen entkoppelt sind. Und wir können nicht am Anfang der Sendung erzählen, wie erschrecken der VfB dastehen und auf der anderen Seite sagen, aber die, die es zu verantworten haben, die müssen jetzt ewig lange dableiben. Also ich finde, das muss man schon ein Stück weit in Relation setzen. Diese Relationen haben einige verloren, keine Frage. Die würden Mislintat bis 2030 verlängern, dann Alex Werle rausschmeißen, Mislintat auch noch zum Sportvorstand und CEO und noch zum Präsidenten machen. Alles gleich. Keine Frage, es geht immer um Leistung und natürlich muss auch ein Pellegrino Materazzo leisten. Und wir sind uns da einig drüber, dass natürlich, wenn dieser Negativtrend, den wir jetzt erkennen nach sieben Spieltagen, das ist doch rein, was die Punkteausbeute angeht. Und da nützt dir das nichts, wie toll du gegen Köln gespielt hast. Das ist beim VfB, also unter den beiden alles super, solange nicht gespielt wird. Wenn du so weiterspielst, wirst du an den Punkt kommen, wo du gar nicht an einer Trainerentlassung vorbeikommst. Und klar, wenn Mislintat sagt, hier geht es für mich nicht weiter, dann denke ich mir halt, okay, also ich verstehe zwar, dass du vielleicht von dem Trainer viel hältst, aber so ein Stück weit, wir haben es hier, glaube ich, mal ganz gut beschrieben, indem wir gesagt haben, das Worst-Case-Szenario ist nicht, dass der Trainer entlassen wird, sondern dass der VfB absteigt. Und das gilt es mit allen Mitteln zu verhindern. Und ja, ich lasse natürlich da auch manchmal mit mir reden, wenn es Gründe gibt für einen gewissen sportlichen Misserfolg, die kann ich aber jetzt gerade nicht sehen. Alle Spieler sind fit, du hast eine Top-Vorbereitung hinlegen können, du hast eigentlich alles das bekommen, was du dir auch als Trainer gewünscht hast, das heißt Kaderverkleinerung, Perspektive mehr auf athletische Sachen. Du hast einfach die Möglichkeit bekommen, auch wenn wir einen Abstrich machen müssen, fällt mir gerade ein, das ist natürlich der Abgang von Sascha Kalajcic, aber der kam trotzdem nicht so überraschend, dass du jetzt sagen kannst, okay, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, dass der noch geht. Das war alles so ein Stück weit mit eingepreist, hilft ja aber nicht. Aber es hilft dann halt auch nicht, darüber zu sprechen, wie toll das gegen Köln war und wir einfach nur Pech hatten, dass wir da im Endeffekt den Sack nicht zugemacht haben. Wenn man ganz ehrlich ist, war es hinten raus wahrscheinlich, dass der VfB dieses Spiel noch verliert. Natürlich, genau. Und ich finde, wenn man sagt, dass so ein wahnsinnig guter Scout ist und für jede Position Spieler hat, die er finden kann, dann muss das auch für den Trainer gelten und wenn man sich das noch anguckt, spätestens dann, wenn die Hinrunde relativ früh vorbei ist, muss man halt wirklich gucken, holt der Trainer aus dem Kader das meiste raus, weil da hast du eine sehr, sehr lange Pause und dann muss man auch das entscheiden, wenn wir jetzt einen Sportdirektor haben, der weiterhin sagt, unter mir bleibt Materazzo Trainer, dann fände ich das wirklich unprofessionell. Also man muss mal sprechen über diese Aussage, sehe ich auch so. Also ich sage es mal so. Die ist ja auch schon ein bisschen älter, man muss sie dann neu bewerten. Genau, gut, dass du das sagst, sie ist ein bisschen älter, das eine, und das andere ist, als er das das erste Mal gesagt hat, wurde er dafür gefeiert, weil wir beim VfB genau das Gegenteil immer erlebt haben. Bei der kleinsten Kleinigkeit wurde der Trainer geopfert. Genau, das finde ich aber so erstaunlich, dass wir jetzt gerade, wir waren hier und jetzt sind wir auf einmal hier und denken genau das Gegenteil und sagen, die müssen alle bleiben, obwohl sie keine Spiele mehr gewinnen. Ja, ich glaube so, es gibt Leute, ja, bin ich sofort bei dir, die sehen das so, aber die meisten, die sich jetzt eine Verlängerung mit Sven Missentat wünschen, sehen es, glaube ich, schon differenzierter, weißt du auch, brauche ich dir gar nicht erklären. So, aber ich finde trotzdem wichtig, dass man natürlich alle Seiten beleuchtet. Genau, und diese Aussage sollte man im Hinterkopf haben und ich finde, an die könnte man ihn auch nochmal erinnern und ihn mal fragen, wie es denn jetzt ist mit den Spielen gegen... Jetzt kann er nichts anderes sagen. Genau. Stell dir vor, er würde jetzt sagen, naja, klar muss man das immer wieder neu bewerten und so, dann hast du nächste Woche dem Bild-Zeitungsartikel darüber... Vertrauen entzogen, ja. Aber das habe ich halt, habe ich mit dem Hinterkopf, wenn es um Sachen Vertragsverlängerung geht und mal gucken, wie es dann halt im November, Ende November, Anfang Dezember aussieht, also... Ja, du könntest jetzt natürlich über, ich sag mal, die Vertragsstruktur dann vielleicht sprechen, also sprich, jetzt ist es ja so, dass Sven Missentat sozusagen, er hat uns das ja auch erklärt, ein Vetorecht hat, also im Endeffekt kann er dann sagen, ich gehe jetzt, wenn der Vorstand beschließt, Pellegrino Matarazzo wird entlassen und er ist damit nicht einverstanden, kurz runtergebrochen. Es wird mit Sicherheit, wenn es ein Rechtsanwalt erklären würde, sich ein bisschen anders anhören, aber ihr werdet es wahrscheinlich bemerkt haben, also ich bin keiner. Okay. So, gut. Ich kenne mich mit dem Internet gut aus. Gut, Matarazzo wurde auch gefragt, ob er Angst habe, Sven Missentat zu verlieren und auch da hören wir mal rein, was Matarazzo auf diese Frage entgegnete. Warum sollte ich Angst haben, wenn auch ständig kommuniziert wird, dass man als Ergänzung, als Erweiterung auch sieht und dass man auch diese Kontinuität auch erwünscht ist. Also Alex habe ich kennengelernt als integrierter Mann, intelligenter Mann, der Isaacen beobachtet mit längerem Zeitraum und deine Entscheidung trifft für den VfB. Und deswegen, ich werde nicht gesteuert von Angst, sondern ich sehe das auch als Chance für den VfB, dass wir weiter vorankommen und deswegen alles gut bei mir. Also er lobt dann hier auch nochmal Alex Werle, muss man ja auch sagen und er gibt sich sehr entspannt und von ihm eigentlich wirklich eine sehr gute Art, mit dieser Sache umzugehen. Auch da mal ganz kurz so vielleicht Augen schließen, nachdenken und sich überlegen, wie ein Teil von Korkut diese Frage beantwortet hätte oder ein Alexander Werle. Das wirkt natürlich auch dafür, dass man vielleicht Pellegrino Materazzo die eine oder andere Schwächephase eher mal durchgehen lässt. Wir sind uns ja komplett einig, dass Pellegrino Materazzo in der Außendarstellung das Beste ist, was uns auf dem Trainerposten seit Jahren passiert ist. Das ist ja gar keine Frage und ich glaube, es gibt vermutlich niemanden. Nach Hannes Wolf, gell? Ja, natürlich. Den wollen wir nicht unterschlagen. Der steht über allen. Der irgendwie wünscht, dass die Dienstzeit von Pellegrino Materazzo möglichst schnell endet, im Gegenteil. Also man wünscht es ja wirklich, er bleibt so lange da wie möglich unter der Prämisse, dass der VfB punktet. So sieht es aus. Und dann gab es ja noch eine Aussage von Materazzo, die ich auch nochmal gerne einspielen würde. Und ich bin ganz ehrlich, hier hört man dann eigentlich genau das, was ich von Alexander Werle gerne anstatt der Aussage, wir sollen alle entspannt sein, bezüglich Sven Missintat gehört hätten. Also hier auch nochmal Pellegrino Materazzo. Wir haben auch bei der Sessor... Nein, das ist er nicht. Große Überraschung. Das kam. Ich glaube, dass es für den VfB guttun würde, mit Sven Missintat zu arbeiten. Ich finde, seine Expertise ist nicht alltäglich. Er ist echt ein absoluter Fachmann, der sehr gut ist in seinem Bereich und für den VfB extrem wichtig ist. Ja, das wäre eigentlich die Ausführung gewesen, die man hätte vielleicht vom Vorstandsvorsitzenden gerne gehört über Sven Missintat. Dann würden einige Dinge, glaube ich, nicht so heiß gekocht werden, wie das aktuelle Fall ist. Dann gab es eine Aussprache zwischen Alexander Werle und Sven Missintat. Am Freitag veröffentlichte der VfB dann etwas überraschend, ein Statement muss man sagen. Also ich habe nicht damit gerechnet. Man hätte es sich gewünscht, du hast es gesagt. Aber ich habe nicht damit gerechnet. Ich glaube, dass die Petition, also die Bitte, wie wir es nennen, auch ihren Anteil daran hatte, dass sich der Verein genötigt war, einfach darauf zu reagieren. Und natürlich hatte das auch was mit dem bevorstehenden Spieltag zu tun. Man wollte wahrscheinlich nicht allzu viel Unruhe um das Spiel herum erzeugen. Hat man nicht ganz verhindern können. Aber ich glaube schon, dass es ein bisschen was gebracht hat, dass man da vorher nochmal kommuniziert hat. Und bevor wir über dieses Freitagsstatement sprechen, hören wir nochmal ganz kurz an, wie Sven Missintat eigentlich die Verpflichtung von Lahm, Khedira und Gentner bewertet. Weil auch da möchte ich einfach nochmal den Sportdirektor kurz einspielen, um den Leuten, die es vielleicht gar nicht so genau mitbekommen haben, auch das Gefühl zu vermitteln, dass oder beziehungsweise zu beweisen im Endeffekt, dass Sven Missintat gar nicht so sehr um die drei Personen geht, sondern um den Prozess an sich. Und ich glaube, das wird mit dem folgenden Statement relativ schnell klar. Also die meisten Zeiten der letzten dreieinhalb Jahre waren unruhig in diesem Klub. Das heißt, wir sind da schon relativ gestillt im Umgang mit solchen Themen. Ich glaube, diese Antwort muss man in zwei Teile zerteilen. Das eine ist, welche Lösung wurde denn dort präsentiert und was kann das für den VfB Stuttgart bedeuten? Und da hat man mit Semmi Khedira und Philipp Lahm zwei Berater des Vorstandes, die Sportkompetenz und ihre Spielerperspektive einbringen können, dazu addiert. Das tut sicherlich dem Vorstand gut, wie auch dem Aufsichtsrat, uns ein sehr, sehr guter Spiegel zu sein. Und dann tut es eben auch uns gut, mit dieser Expertise gespiegelt zu werden. Ich glaube, dass wir immer eine Kultur vorgelebt haben für unsere Gruppe. Thomas Hitzelsberger, Markus Rüth, Rino, meine Wenigkeit und alle anderen, die dazugehören, Chefscout, Trainerteam etc., dass wir genau das wollen. Offene Kommunikationskultur, Diskussion in der Sache, beste Idee gewinnt. Das habt ihr nicht zum ersten Mal gehört und ich wiederhole das gerade nur. Deswegen kann man ganz klar sagen, das sind super Add-ons für uns als Club und es wäre schön. Und dann sind wir beim Thema Gentner und das ist genau das Gleiche. Also in der Sache wären wir komplett dabei gewesen von Beginn an, wenn man uns mitgenommen hätte. Und da komme ich gleich zu Teil 2 der Antwort. Gent ist ein Legendenspieler. Den zu integrieren in unseren Club ist eine herausragende Sache, eine super Idee und Gent bringt Qualitäten mit. Auch da eben die Spielerperspektive mal mindestens mal, die seitdem Thomas Hitzelsberger weg ist, eben im Club nicht mehr ist. Und das finden wir sehr, sehr gut und werden sicherlich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit miteinander hinbekommen und auch sehr konstruktiv darüber sprechen in den nächsten Tagen. Mit Samy Kedira habe ich übrigens schon zweieinhalb Stunden gesprochen. Es ist aber auch ganz klar und das habe ich auch sehr klar geäußert, dass wir uns schon und nicht nur ich, sondern wir, Rino, Markus und ich uns gewünscht hätten, zumindest mal in dem Prozess, um in Gente mit eingebunden worden zu sein. Das ist aber völlig ausgeräumt mit dem Gespräch, was Alex und ich letzte Woche geführt haben und jetzt geht es nur nach vorne schauen und sehr konstruktiv damit umgehen. Also lange Einspieler, aber glaube ich wichtig, um nochmal zu verstehen, wie Sven Mistentat das alles bewertet. Deswegen hoffe ich, dass ihr nichts dagegen hattet, dass ihr jetzt ganz lang Sven Mistentat lauschen musstet. Wir fanden es schön. Also konkret hieß es, dass es einen Austausch, um darauf wieder zu sprechen zu kommen, zwischen Alexander Werle und Sven Mistentat bezüglich sportliche Ausrichtung des VfB gegeben habe und da habe ich mich ja am Freitag schon drüber böse aufgeregt, weil ich hätte eigentlich genau diesen Austausch schon Ende Juni gerne gehabt zwischen den beiden. Also wie gesagt, es stand konkret drin, dass man wie gesagt sich bezüglich der sportlichen Ausrichtung des VfB ausgetauscht habe und das ist ja eigentlich was, das muss ja schon lange stehen zwischen den beiden. Also ob man jetzt verlängert oder nicht, ist das eine Thema, aber eine gewisse Ausrichtung musst du ja, finde ich, frühzeitig festlegen. Und wenn das jetzt erst der Fall war? Ja, eigentlich für mich auch dann Teil zwei. Wenn man die letzte Saison aufarbeitet in der viel zitierten Analyse, dann muss man das machen. Und wenn man dann damit die Basis geschaffen hat und die Analyse hat ergeben, hey, wir wollen zusammen weitermachen, dann muss man überlegen, wie man zusammen weitermacht. Und dann kann man, kann ein Vorstandsvorsitzender sagen, wir machen so weiter in der bisherigen Konstellation, aber wir holen uns mehr Kompetenz in den Vorstand, in den Aufsichtsrat. Wir denken an die, was sagt ihr dazu? Wollt ihr nicht? Okay, dann könnt ihr gehen oder findet ihr auch gut? Dann machen wir es. Also, aber das hätte früher kommen müssen. Sehe ich genauso. Jetzt kommen wir zu den jeweiligen Statements, Sebastian. Und jetzt hast du die große Aufgabe, zuerst Alexander Werle zu geben und anschließend Sven Missentard. Ich bin jetzt schon gespannt, wie es dir gelingen wird. Wir beginnen mit Alexander Werle. Ich werde nicht versuchen, die Stimmen nachzumachen. Natürlich nicht. Also, der Vorstandsvorsitzende hat gesagt, wir haben detailliert über den Fahrplan für unsere Vertragsgespräche sowie über die Entscheidungen zur Erweiterung unserer Sportstruktur gesprochen. Sven hat ja bereits am Sonntagabend zum Ausdruck gebracht, dass er die Einbindung von Semikidira, Philipp Lahm und Christian Gentner als Bereicherung für den VfB empfindet. Es wäre im Nachhinein sicher besser gewesen, Markus Rüth und Sven Missentard frühzeitig einzubinden. Das ist besprochen und mit Sven ausgeräumt. Wir haben detailliert über den Fahrplan für unsere Vertragsgespräche sowie über die Entscheidung zur Erweiterung unserer Sportstruktur gesprochen. Das ist genau das, was ich gerade eben schon angebracht habe. Das ist der erste Satz in seinem Statement. Und nochmal, wie kann es sein, dass das erst jetzt geschieht? Also eigentlich ist das unfassbar. Dieser erste Satz, den kannst du schon gar nicht glauben. Da hoffe ich, dass das so ein PR-Satz war. Weil wenn das wirklich ernst gemeint ist, dann gute Nacht, Johanna. Weil du kannst doch nicht jetzt über den Fahrplan der Vertragsgespräche sprechen, wo uns die ganze Zeit erzählt wurde, das kommt jetzt in der Sommerpause und dann nach der Transferperiode. Jetzt erzählen sie wieder was ganz anderes. Also mindestens einmal wurden wir belogen. Das kann man schon mal festhalten. So, dann im Nachhinein oder es wäre im Nachhinein sicher besser gewesen, Markus Rüth und Sven Mislintat frühzeitig einzubinden. Also erstens, finde ich, geht dieses Statement von Alexander Werde nicht ohne Entschuldigung in Richtung Sven Mislintat durch. Also eigentlich muss das irgendwo drinstehen, dass man sich da entschuldigt. Weil, wie gesagt, ich finde es maximal schwierig, wie damit umgegangen wurde. Und auch diese Aussage, es wäre im Nachhinein sicher besser gewesen. Ich habe es am Freitag genannt, das ist im Endeffekt, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass Sven Mislintat Bock auf diese Geschichte hat. Genau, und im Nachhinein heißt es ja auch, wenn es jetzt nicht so einen großen Shitstorm gegeben hätte, dann wäre das trotzdem eine gute Entscheidung gewesen. Und ich frage mich ja auch, man muss ja wahrscheinlich auch schon eine gewisse Energie aufbringen, um Vertragsgespräche oder um die Einbindung von drei Spielern vom Sportdirektor, ich sage jetzt mal wirklich zu vertuschen. Weil der wird ja auch fragen, ich habe da auf dem Flur gerade einen Philipp Lahm, das ist ja cool, dass der da ist, was macht denn der hier? Also das musst du ja wirklich aktiv versuchen, das vor irgendwie gleich vor drei, vier Personen Das reicht gar nicht. Oder zehn Personen, die vielleicht dann auch noch mit dabei sind, vor Spielern, geheim zu halten. Also hat man sich dann, weiß ich nicht, ein Hotelzimmer in Büsnau genommen, um die Vertragsgespräche zu frühen oder so. Aber das finde ich halt schon bemerkenswert. Und das ist ja nicht so, dass man sagt, oh, das habe ich vergessen, dir das zu erzählen. Also das muss man wirklich aktiv betreiben. Also mit das reicht gar nicht, meinte ich auch, du musst es ja auch verteilen, ich sage mal, also nicht nur, was wir ein bisschen Tat und Rüth und Matarazzo verbergen, sondern da gibt es ja auch andere, die vielleicht einen guten Draht haben. Natürlich, ja. Und so. Ich denke auch die Spieler, also wenn da auf einmal dann... Nee, nee, du denkst, ich denke eher in die oberen Gremien. Ja, ja, auch da, auch da natürlich. Aber das ist ja noch, also dass es einen Spieler nicht mitbekommen sollte, da gebe ich einen Fick drauf, sage ich dir so, wie es ist. Ob das jetzt, weiß ich nicht, ob, jetzt fällt mir noch nicht mal einer ein, der sich drum scheren würde. Ob das jetzt, ob Flo Müller jetzt wirklich einen Fick darauf gibt, wer in Zukunft Alexander Werle berät, da stelle ich mal in Frage. Aber es gibt Leute in anderen Gremien, die würden, glaube ich, schon gern wissen, was da so passiert. Und auch die wurden zum Teil nicht darüber informiert. Also was du gesagt hast, ist wichtig. Das muss man schon wollen. Ja, ja, ja. Das passiert nicht aus Versehen, dass man dann sagt, ach, hätte ich das gewusst, aber sorry, habe ich vergessen. Sven Missinter hat sich auch geäußert, Sebastian. Was hat er gesagt? Er sagt, wir hätten es als deutlich zielführender empfunden, von Anfang an in den Prozess zur Verpflichtung von Christian Gentner eingebunden worden zu sein. Ungeachtet dessen freuen sich Markus, Rienow und ich sehr über die Rückkehr von Gente zum VfB und stehen dieser maximal positiv gegenüber. Wir werden ihn so in unser Team integrieren, als hätten wir ihn selbst ausgewählt. Ebenso freuen wir uns über die Einbindung von Semih Kedira und Philipp Lahm als Berater des Vorstands. Also wir hätten es als deutlich zielführend empfunden, von Anfang an in den Prozess zur Verpflichtung von Christian Gentner eingebunden worden zu sein. Also ich glaube, deutlich zielführender ist, glaube ich, so die maximale Art und Weise in einer Pressemitteilung, wie du deinen Missfallen ausdrücken kannst. Ja. Und er spricht hier nicht nur für sich, er spricht für Markus Rüth, für Pellegrino Matarazzo und natürlich auch für sich. Und Werle hat nicht nur Sven vor den Kopf gestoßen, das darf man einfach mal nicht vergessen. Du hast es gerade eben schon angesprochen, es gibt auch andere Leute, vor denen er es verbergen musste. Er hat einen Trainer und auch die zweitwichtigste Person im Ressortsport gleich noch mit vor den Kopf gestoßen. Und das ist aus meiner Sicht ein massiver Schaden. Es geht hier um Vertrauen. Ich meine, das ist das, was im Endeffekt so ein Verhältnis auszeichnen sollte. Und da kannst du jetzt auch nicht sagen, jetzt warten wir mal ein paar Wochen und dann geht das wieder. Das ist eine richtig scheiß Situation. Und ich versuche das noch, ich sage mal, wohlwollend auszudrücken, obwohl man es vielleicht nicht merkt. Aber du hast jetzt ein Klima hier geschaffen. Da kann es fast gar nicht weitergehen. Die versuchen natürlich jetzt alle irgendwie, ich weiß nicht, den Ball flach zu halten und so und nach außen hin erstmal zu, also demonstrativ so nach außen zu gehen und zu sagen, hey, es ist alles ausgeräumt. Aber ganz ehrlich, man muss sich einfach nur mal in die Situation reinversetzen von allen Beteiligten. Das ist, also das zu kitten wird eine harte Aufgabe. Und dann sind wir gleich beim letzten Punkt, was das angeht, nämlich wie geht es jetzt weiter? Also gemeinsam wurde zwischen Alexander Werle und Sven Missentat vereinbart, dass die Gespräche über die weitere Zusammenarbeit mit Sven Missentat nach dem 15. Spieltag wieder aufgenommen werden und dann bis zum Jahresende abgeschlossen sein sollen, muss man ja sagen. Solche Ankündigungen haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Deswegen wissen wir noch nicht so genau, ob sich dann auch wirklich alle Parteien daran halten. Aktuell glaube ich, dass Sven Missentat seinen Vertrag nicht verlängert hätte. Also wenn es jetzt so gewesen wäre, wie es angekündigt war, dass eben Werle und Missentat sich jetzt mal einschließen und über eine Vertragsverlängerung diskutieren, da lege ich mich fest, dazu wäre es nicht gekommen. Die Gründe, warum, habe ich am Anfang des Segments, glaube ich, ausführlich aufgezählt. Und wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich mein Geld auf keine Vertragsverlängerung setzen. Weil, also mir ist es da auch nochmal, mir ist es da egal, was ein Werle gerade erzählt, was ein Missentat in dem Mikrofon labert. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du aktuell so weiterarbeiten kannst. Das ist für mich kaum, wie gesagt, vorstellbar. Und auch der Zeitpunkt, also Mitte, Ende November bis zum Jahresende ist sehr merkwürdig, denn da habe ich auch nochmal einen Einspieler. Alexander Werle sagte auf der berühmten Montags-PK, du hast es Kult-PK genannt, nämlich noch folgenden Satz. Analyse schon festgelegt, dass wir ab Oktober in die Kaderplanung einsteigen werden, um Transferperiode 1 im Winter und dann Transferperiode 2 gemeinsam anzugehen. So, und jetzt wollen die mir erzählen, dass die im Oktober schön die Kaderplanung starten und sich erst Ende November hinsetzen und schauen, wie es in Zukunft weitergeht. Ja, ich meine mit den... I doubt it. Ja, I doubt it, ja. Also, I don't doubt it, weil das wäre typisch VfB. Nur, es ist halt, mir ist mittlerweile wirklich egal, ob jetzt Werle, Missentat, Materazzo, es geht echt um VfB, der wirklich schon wieder, die Saison hat gerade begonnen. Aber die verarschen uns doch schon wieder. Natürlich verarschen sie uns. Aber das geht nicht. Wie viel Vertrauen wirst du denn noch verspielen? Das ist doch eine... Also, weißt du, Sven Missentat spricht seit Mai darüber, dass er gerne Gespräche führen würde. Jetzt verschiebt sich das Ganze wieder um zwei Monate. Nein, und ich glaube, ich zweifle nicht daran, dass es dann wirklich in der Winterpause passiert. Nur hast du da dann schon wieder fast zwei Monate verschenkt, die du eigentlich investieren musst, um den Kader so zu planen, dass er vielleicht doch nicht absteigt, wo es aktuell aussieht. Ja, und wenn du dich nicht einigen kannst, dann musst du dann anfangen mit der Suche für einen Nachfolger oder was? Ja, genau. Und dann hat der noch wahrscheinlich zwei Tage Zeit, um vielleicht noch einen Wintertransfer einzutüten. Und das ist halt einfach nicht gut für den Klub. Und da geht es mir echt jetzt gar nicht um die handelnden Personen. Ja, aber das hat Werle verbockt. Ja, muss man so sagen, ja. Und niemand anders. Von mir aus dann noch der Aufsichtsrat Klaus Vogt, die kannst du noch mit reinnehmen. Aber entschieden hat Alexander Werle. So, und der hat diese Nummer komplett verbockt. Und es gibt für mich wenig Möglichkeiten, wie du das eigentlich wieder gut machen kannst. Ich habe kurz danach mit, ne, wen war es denn eigentlich? Auf jeden Fall auf Twitter mit jemandem geschrieben und habe so gesagt, eigentlich musst du Sam Missentat jetzt demonstrativ stärken. Ich habe dann geschrieben, ich weiß nur nicht, wie du das machen willst, weil es gäbe zwar die Möglichkeit, ihn zu befördern zum Sportvorstand, aber er hat ja lange gesagt, dass er sich das nicht vorstellen kann und eigentlich keinen Bock hat auf den Job. Jetzt hat er am Wochenende aber gesagt, oder Sebastian, du kannst nochmal das Ende machen. Genau, er sagte, das kann für mich eine Lösung sein, da werde ich mir Gedanken drüber machen, aber genau kann ich es noch nicht sagen. Und weiter sagte er, mir ist egal, ob Sportdirektor oder Sportvorstand, es muss halt passen. Mir reicht auch die Verlängerung als Sportdirektor, wenn alles zusammenpasst und die Gespräche gut enden. So, jetzt macht er die Tür auf, er sagt, okay, Sportvorstand kann ich mir vorstellen und weil er sagt, es reicht mir auch, Sportdirektor zu bleiben, es muss halt passen, ist auch klar, was er sagt. Ich lasse mir halt nicht hier von euch auf der Nase rumtanzen, um es mal jetzt zu übersetzen. Also das heißt, im Endeffekt hat er jetzt die Tür aufgemacht, wir können weitermachen, aber dann will ich nicht nur Kompetenzen im Vertrag, sondern de facto Kompetenzen, aber auch Pflichten, darf man nicht vergessen. Sportvorstand ist nicht nur einfach, ich kann jetzt entscheiden, wie und was und er kann natürlich jetzt, wenn er Sportvorstand ist, dann gibt es vier Vorstände beim VfB Stuttgart, dann kannst du natürlich Paz-Situationen herbeiführen. Also wenn du, er sagt ja immer, die beste Idee gewinnt, also wenn du dann eine Idee hast, die zwei gut finden und die anderen zwei nicht, hast du gewisse Paz-Situationen und ich glaube, dass Werle Stimme dann doppelt zählt. Wollte ich gerade sagen, aber so war es auf jeden Fall damals bei Wolfgang Dietrich, aber das war glaube ich im Aufsichtsrat, ich weiß es gar nicht. Also bei Wolfgang Dietrich war es so, dass seine Stimme immer alles sticht. Genau, und dann war das auch immer einstimmig, was er dann beschlossen hat. Aber ich lege mich da fest, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sven Missentat am 1. Juli 2023 unter einem Vorstandsvorsitzenden und Sportvorstand Werle und mit einem Leiter Lizenzspieler Gentner als Sportdirektor den VfB in seine dritte Amtszeit führen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, das schließe ich komplett aus. Du musst da in Sachen Kompetenzen nachjustieren, wie auch immer man das macht. Vielleicht steht auf dem Papier da noch Direktor geschrieben, aber da muss noch was passieren. Es wird jetzt nicht einfach nur eine Verlängerung geben, sprich ich lege mir einfach denselben Vertrag hin, ich unterschreibe den wieder, das wird nicht passieren. Ich bin mir auch sicher, dass Werle das nie vorhatte, weil dann würde er so einen Move nicht durchziehen. Also wir reden jetzt immer die ganze Zeit so, als ob es jetzt einfach weitergeht. Nee, dieser Move, den er da gestartet hat, das war kein Ausversehen. Das war kein Versehen so. Das ist kalkuliert. Da lasse ich mir auch nichts einreden. So schlecht kannst du gar nicht sein als Vorstandsvorsitzender, dass dir das versehentlich passiert. Nach so vielen Jahren Erfahrung. Nicht nur bei einer Klitsche oder so, sondern beim 1. FC Köln, einer der größten Klubs in Deutschland. Er war beim DFB, er ist in der DFL, was weiß ich, was der alles gemacht hat. Der kennt sich aus. Genau, er kennt sich aus. Der spielt keine Spiele. Nein, er kennt sich aus und das war aus meiner Sicht auch so geplant. Womit er sich anscheinend tatsächlich nicht auskennt und dann vielleicht auch die Leute, die ihn kommunikativ beraten, ist die Reaktion, die man von den VfB-Fans erwarten könnte. Und von Sven Missintat. Da glaube ich auch, dass er mit einer ganz anderen Reaktion reagiert hat. Und das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass auch Sven Missintat bestens vernetzt ist. Auch vielleicht zu Zeitungen, die wir zwei verabscheuen. Und dass er sich sehr gut zu verkaufen weiß. Und dass er auch weiß, an welchen Schnüren man wann ziehen muss. Und auch seine Popularität bei den Fans natürlich sehr geschickt einzusetzen weiß. Und das ist auch ein großes Pfund, glaube ich, wenn er da jetzt auftritt und sagt, hey, was wollt ihr? Aber die erkauft er sich ja nicht. Nein, die hat er sich ein Stück weit verdient. Trotzdem muss man nicht mit jeder Zeitung zu jeder Zeit reden. Und auch nicht in jedes Mikrofon reinreden. Wenn man will, aber man kann es natürlich auch nutzen. Also insofern sind da beide Seiten, die mit harten Bandagen kämpfen, aus meiner Richtung. Mir macht es aber wirklich ein bisschen Sorge, dass, du hast gesagt, Alexander Werle, sicher ein mit allen Wassern gewaschener Profi ist. Aber anscheinend die mögliche oder die konsequente Reaktion der VfB-Fans überhaupt nicht hat kommen sehen. Und ich glaube, hätte er vor der PK gesagt, ich habe das vor. Und hätte mit einem random Twitter-User gesprochen, der VfB-Fan ist. Und im Transfermarktforum und mit uns und mit anderen. Da hätten ihm wahrscheinlich zehn von zehn gesagt, das ist keine gute Idee. Das ist echt keine gute Idee. Ich würde es nicht machen. Er hat es gemacht, war da vielleicht dann nicht so gut beraten. Und muss jetzt halt mit den Konsequenzen leben. Und vor allem müssen wir mit den Konsequenzen leben. Und der VfB muss eben mit den Konsequenzen leben. Und die sind halt weitreichend. Und das nur, weil man eine Stelle, die man eigentlich gar nicht hat, mit jemandem besetzt, den man gar nicht braucht. Und das halt nicht gesagt hat. Ja, du hast jetzt eine vergleichbare Situation wie damals zwischen Vogt und Hitz. Nur eben jetzt zwischen Sven Missentat und Alexander Werle. Und wie das ausgegangen ist zwischen Vogt und Hitz, wissen wir. Und ich hoffe nur, dass es diesmal etwas anders ausgeht. Nämlich, also von mir aus können beide bleiben. Aber Sven Missentat sollte auf keinen Fall gehen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich habe nochmal einen Einspieler, Sebastian. Und zwar von Sven Missentat, der die Frage beantwortet, ob er seinen Vertrag hier in Stuttgart noch verlängern will. Jetzt haben wir so oft Zitate vorgelesen. Ich finde, er soll es nochmal in eigenen Worten beschreiben. Bitte. Sven. Ja, definitiv. Und die Anschlussfrage wird ja sein, warum dann erst im November, kann ich direkt beantworten. Einfach. Natürlich kann er das. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt mal uns in Ruhe zusammensetzen und die Dinge miteinander besprechen. Und in einer Phase, wo wir nicht Spiel für Spiel Wasserstandsmeldungen abgeben müssen. Weil eins ist ganz klar. Wir haben in den letzten Jahren relativ, wie soll ich sagen, große wirtschaftliche Zwänge gehabt, auch immer wieder Transferüberschüsse zu generieren. Wir sind eine junge Mannschaft. Wir haben einen komplett neuen Weg mit einer alten Philosophie, die diesen Klub stark gemacht hat, jung, wild, ganz bewusst gewählt, sind den gegangen. Eben auch aufgrund der Tatsache, dass wir immer wieder Werte generieren müssen, weil wir sie auch veräußern müssen, um den Klub zu konsolidieren und vielleicht später auch in Infrastrukturen weiterzuentwickeln, wie jetzt im Stadionneubau. Das bedeutet für mich immer Substanzverlust. Das bedeutet aber auch, wir haben ganz wenig Marge für Fehler in diesem Klub. Und da ist es einfach zwingend notwendig, dass wir jetzt endlich mal Ruhe reinbekommen in allen Themen. Und viel zu oft Themen hatten, die politische Natur sind und die nicht mit Fußball zu tun haben. Jetzt glaube ich wirklich, dass ich so ein Missinterz-Pressesprecher bin. Nein, aber ich kann dir auch ganz klar sagen, warum alles, was er sagt. Also A würde ich das genauso, wenn ich es könnte, wiedergeben, wie er es getan hat, weil es einfach Sinn macht. Und weil es, wie gesagt, ein Weg ist, hinter dem man sich einfach committen oder mit dem man sich committen kann, dem man mitgehen kann, der logisch ist, der eine Vision hat oder eine Vision aufzeigt und der eben nicht nur irgendwie von der einen Hinrunde zur nächsten Rückrunde ausgedacht ist, sondern langfristig einfach den VfB weiterbringen wird. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch der richtige Weg. Und natürlich jetzt versuchen beide irgendwie so ein Stück weit zu beruhigen. Und auch diesbezüglich hören wir vielleicht nochmal einen O-Ton von Alexander Werle, der auch versucht, ich sag mal, alles so ein bisschen runterzuspielen. Das ist ja auch klar, ich habe mit dem Sven noch jetzt in der Transferperiode so eng zusammengearbeitet. Wir haben 17 Transferaktivitäten zusammen gemacht und ich habe jede einzelne unterschrieben. Und ich glaube, wenn wir beide jetzt ein ernsthaftes Problem hätten, dann hätten wir auch keine 17 Transferaktivitäten gemeinsam gemacht. Und wie gesagt, ich habe jeden einzelnen Vertrag unterschrieben und das zeugt, glaube ich, auch für die Zusammenarbeit zwischen uns beiden. So, erstmal muss ich dich fragen, verstehst du, warum Werle immer so tut, als wären 17 Transferaktivitäten ein Beweis für eine gute Zusammenarbeit? Nee, mir fällt überhaupt dieser, das haben wir jetzt wirklich von ihm ganz oft gehört in der PK und danach immer dieses Satzkonstrukt, wenn das so wäre, dann wäre es ja so. Also er antwortet nie klar, sondern das ist so wie, wenn mich jemand fragt. Politiker. Genau, ihr seid ja abends immer um 18 Uhr verabredet, ist der Riki eigentlich immer pünktlich. Dann würde ich dann sagen, naja, wenn er nicht pünktlich wäre, dann würden wir ja nicht pünktlich aufnehmen. Gut, wir nehmen nicht pünktlich auf, aber da kommt nie eine klare Aussage, wo du sagst, es ist halt so, sondern immer, ja, wenn das nicht ist oder das, also wird es heute regnen? Naja, wenn es heute regnen würde, dann hätte ich keinen Regenschirm dabei. Also finde ich schwierig. Also da wäre mir ja wirklich so eine klare Aussage mal, ja wirklich lieber. Aber gut, die Transferaktivitäten haben sich zusammen abgewickelt und ich fand, nochmal kurz zurückzukommen auf das Statement von Simicentat, ich habe da so aus den Zeilen, zwischen den Zeilen auch rausgehört, dass ein Konfliktpotenzial auch wirklich sein könnte, ob er eine Einnahmequelle für den VfB ist mit seinen Transferüberschüssen oder dass er es sein muss und er sagt, ich will es aber eigentlich gar nicht sein. Ich möchte eigentlich das, was ich einnehme, auch wieder ausgeben können und vielleicht sagt der Klub, nee, das geht nicht, du musst erst mal 50, 80, 90 Prozent uns geben, weil wir brauchen die Kohle und mit dem Rest kannst du dann machen, was du möchtest. Und er sagt, komm, holt endlich einen Investor rein, dann habt ihr Kohle und ich kann meine Transfereinnahmen auch wieder ausgeben. Also ich glaube, das könnte vielleicht auch so ein Knackpunkt sein, über den sich die zwei unterhalten müssen. Sehr guter Punkt. Ich glaube nämlich auch, dass Vermissentat deutlich besser damit leben könnte oder besser Substanzverluste akzeptieren könnte und auch Ablösen generieren müsste, dass das Generieren von Ablösen besser tolerieren könnte, wenn er auf der anderen Seite sehen würde, dass in Sachen Investoren einfach was vorangeht. Also du fragst dich halt ja schon dann mal irgendwann, okay, was macht ihr eigentlich? Also ich rette euch hier gerade den Laden und ihr sagt mir danach, dass alles scheiße ist, weil wir nicht irgendwie um Platz sieben mitspielen oder was? Mehr Spiele gewinnen als verlieren. Ich rette euch einen Arsch und ihr kackt mich an, weil ich hier irgendwie mal Schiedsrichter anpisse oder was? Der VfB befindet sich garantiert in aussichtsreichen Gesprächen mit Investoren seit 2016. Ja, also am besten seit 1893. Es gab noch, das war jetzt nicht in diesem O-Ton mit dabei, aber es gab am Samstag nochmal einen Satz von Werle. Der hat mich auch nochmal aufhorchen lassen. Den haben wir vorhin auch schon mal gehört in einem O-Ton. Und zwar meinte er, am Ende ist es entscheidend, es ist eine sehr gute Lösung für den VfB Stuttgart. Wir stellen uns breit auf und Sven hat Lust, mit allen dreien zu arbeiten. Und da denke ich mir halt, nee, das ist halt einfach keine gute Lösung, wenn du am Ende den wichtigsten Mann in Sachen sportliche Führung so bloßstellst. Das kann dann keine gute Entscheidung sein. Und was mich da so nervt, wenn ich immer diese Sätze so höre, erst mal, das sind typische Politikersätze, aber sie suggerieren mir auch, dass er überhaupt kein Bewusstsein hat, wie falsch das ist, was er in dem Moment dann sagt. Also, weißt du, was ich meine? Also das Signal, was er nach außen sendet, natürlich, klar, am Ende mag es vielleicht so sein, dass der VfB Stuttgart davon profitiert, dass die drei dazugekommen sind. Aber der Schaden ist erstmal viel größer und bedroht unmittelbar diesen eingeschlagenen Weg, den viele VfB-Fans gut finden. Ja, und es gibt ja jetzt mittlerweile im Internet ganz viele Satzdeuter, die dann wirklich die Sätze Wort für Wort dekonstruieren. Wer macht denn sowas? Wer weiß ich auch nicht. Aber ich finde schon zu sagen, es ist eine sehr gute Lösung. Ich würde sagen, das muss ich erstmal herausstellen. Und du oder ihr glaubt, es ist eine sehr gute Lösung. Aber ich habe hier gar nicht so viele eingebunden. Und jetzt gucken wir mal, ob es denn wirklich so ist. Wird sagen, es ist eine gute Lösung? Weiß ich nicht. Also ich sage, nee, ihr glaubt, es ist so. Und das ist halt genauso wie, klar, du kaufst ein Spiel und sagst, es ist eine gute Lösung. Aber der, der es zu verantworten hat, der glaubt, es ist eine gute Lösung. Und das muss ich erstmal zeigen. Und dieses Selbstverständnis, das finde ich dann schon beachtlich. Für jemanden, der sich sonst halt nicht so klar äußert. Das stimmt, da ist er sehr klar an seiner Wortwahl. Ein letzter Einspieler noch. Und ich finde, für alle, die bislang nicht kapiert haben, um was es eigentlich geht, finde ich, dass es Sven Missenthal vielleicht nochmal selbst erklären sollte. Es ist ein älterer Einspieler von ihm. Aber ich finde, hier erklärt er wirklich sehr, sehr gut, was ihm wichtig ist. Und vor allem, warum er diesen Weg, den er jetzt mit dem VfB gehen möchte, beibehalten möchte. Und aus meiner Sicht auch werden sollte. Ich möchte sehr gerne, dass diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, der eine klare Konzeption hat, eine klare Philosophie hat, eine Identität dieses Clubs wiederbelebt hat, mit der eben sich alle identifizieren können, jung, wild, dynamisch. Und natürlich auch wirtschaftlich lukrativer ist, weil wir Werte generieren können mit diesem Weg, die wir generieren müssen, um überhaupt wachsen zu können, dass der beibehalten werden kann. Und dann kann es, meines Erachtens, ein sehr klares Commitment dazu geben, indem eben wir gestärkt werden in dem, was wir tun. Und wie soll das aussehen? Soll das personell unterfüttert werden? Kann es, kann es. Bleibt aber nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. So, auch nochmal wichtiger Zusatz von ihm. Er hat kein Problem damit, wenn Leute dazukommen. Aber es geht darum, dass man mitgenommen wird und dass man sich sozusagen hinter dieser Idee vereinigt, versammelt. Und da sage ich das jetzt gerade raus, ist mir egal. Ich schneide das auch nachher nicht. Es gibt beim VfB Leute, die sehen es halt einfach nicht so. Das ist auch in Ordnung. Aber die haben Schiss, nach draußen zu gehen. Und sind dann wirklich so opportunistisch unterwegs, dass sie vielleicht gerne Entscheidungen treffen würden, aber Schiss haben, dass dann praktisch die Fans auf die Barrikaden gehen. Und da denke ich mir, wenn ich davon überzeugt bin, dass der Weg mit Sven Missent hat, der falsche ist für den VfB Stuttgart, dann muss ich die Eier in der Hose haben, das nach außen zu kommunizieren. Das ist hier nicht irgendwie nur so ein Sonnenplatz, wo man sich dann ab und zu mal auf Sky ablichten lässt und sich von schönen Frauen interviewen lässt. Das reicht halt nicht. Sondern dann red Klartext. Wenn du es scheiße findest, was hier passiert, wenn du das Verhalten deines Sportdirektors, die öffentliche Darstellung, weil er sich dann irgendwie über Schiedsrichter aufregt, scheiße findest, dann macht die Fresse auf. Aber nicht so hinterfotzig. Das finde ich einfach scheiße. So gehst du A, mit verdienten Mitarbeitern nicht um. Und ich finde, so repräsentierst du auch den Verein nicht nach außen. Das geht einfach nicht. Aber die haben halt einfach die Buchse voll. Und deswegen läuft wieder vieles im Hintergrund ab. Das nervt mich einfach. Ja, absolut. Ich bin da bei dir, weil es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie ein mächtiger Aufsichtsrat wäre, der sagt, das ist jetzt der Weg. Sondern es ist ein Sportdirektor. Also der hat halt wirklich noch Leute über sich. Und wenn man sagt, was er macht, finden wir nicht gut, dann schmeißen raus. Der Trainer ist dann sowieso auch weg. Dann schmeißen beide raus und sagen, wir haben einen besseren Weg und wir machen es in Zukunft so und lass dich dran messen. Und das ärgert mich halt so ein bisschen. Also das Ganze, was da so mitschwingt, so dieser Personenkult, der mit aufgebaut wird, der kommt ja auch nur, weil diese Spielchen da getrieben werden. Und wenn sich dann jemand hinstellen würde und sagen, wir sind der Meinung, der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, unter Thomas Hitzelsberger, mitzumissend hat, ist der falsche Weil und hier ist unser Gegenvorschlag und so machen wir es jetzt. Ja, okay. Aber dann lebt mit den Konsequenzen. Dann gucken wir, ob es besser funktioniert. Ich meine, sportlich gesehen kann es aktuell nicht viel schlechter laufen, aber dieses halt, wie du sagst, hintenrum und Informationen durchgesteckt und hoffen, dass jemand dann vielleicht zurücktritt. Nee, also man hat ja wirklich die hierarchische Macht, zu sagen, wir wollen nicht mehr weitermachen und es ist bei einem anderen Bundesligisten gar ungebe, dann werden halt solche Leute halt rausgeworfen. Ja, dann muss man es halt machen. Klar gehen dann die Fans auf die Barrikaden, aber ich finde, damit muss man halt schlichtweg leben, weil ein Misshinter ist ja nicht so beliebt, weil er so nett aussieht, sondern weil er halt für einen VfB wirklich was geschaffen hat und weil sich mit diesem Weg die Fans auch wirklich identifizieren können und auch das selbst noch bei sportlichem Misserfolg bis zu einem bestimmten Maß, wo man irgendwann hat, aber jetzt müssen wir vielleicht schon mal über den Trainer reden. Und ich würde mir das noch abschließend dazu eins wünschen, nämlich dass auch Klaus Vogt als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender da mal aus der Deckung kommt und sich positioniert, erklärt, wie das sein kann, dass wir an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind und ja, da fehlt mir dann, also ich brauche keinen, Präsidenten, der ständig vor der Kamera steht und weiß nicht, sich selber gerne reden hört. Das brauche ich eigentlich nicht. Da reicht mir einer im Verein. Aber in solchen Momenten finde ich es schon mal wichtig, sich damit einzubringen und auch noch außen zumindest den Anschein, oder nee, das ist fies von mir ausgedrückt, zumindest mal zu versuchen, dann vielleicht auch als Vermittler eine Rolle einzunehmen. Könnte ja auch eine Möglichkeit sein. Ich meine, ich erinnere mich da auch noch an Sven Missentat, der sich sehr fair verhalten hat als zwischen Thomas und Klaus eine gewisse Problematik herstellt. Da gab es gewisse Spannungen. So, und da würde ich es gar nicht so schlecht finden, wenn jetzt halt auch einfach mal Klaus Vogt da eine Rolle einnehmen könnte und zum einen öffentlich, eher mal öffentlich kommunizieren könnte, weil er war ja eingebunden. Wie sieht es er? Genau. Was hat er da zu beigetragen beziehungsweise wie geht er damit um, dass sein Vorstandsvorsitzender das hinter dem Rücken des Sportdirektors macht? Also da kann man schon mal was zu sagen, finde ich. Und auf der anderen Seite sollte man dann auch dazu beitragen als Aufsichtsratsvorsitzender, dass diese Probleme, die da entstanden sind, schnellstmöglich behoben werden. Und das kann auch sein, dass man sagt, wir trennen uns vom Sportdirektor. Geht auch. Aber irgendwas sollte man schon mal tun, finde ich. Also jetzt einfach nur so ein Statement von Vogt und Quatsch von Werle und ein bisschen, das reicht mir dann nicht. Ich finde, Alexander Vogt, mein Gott. Ich finde, es wird jetzt schon langsam. Die dritte Stunde hat angefangen, dann baue ich ja geistig ab, auch wenn wir jetzt nicht mehr live auf YouTube sind. Trotzdem senden wir ja für euch hier durch. Seht es mir bitte nach. Aber wie gesagt, Statement von Klaus Vogt würde ich gut finden. Und Sebastian, als ob es beim VfB vereins politisch nicht schon genug Trouble geben würde, verschickte der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Bertram Suk am Samstag noch folgendes Statement. Genau, er schrieb, ich glaube, per WhatsApp ursprünglich dann. Das kann ich weder bestätigen noch dementieren. Ich glaube, jeder hat diese WhatsApp früher oder später bekommen. Okay. Hallo Fans, damit ihr es von mir direkt erfahrt, folgende Info. Das mir vom gesamten Aufsichtsrat als gewählter stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der VfB Stuttgart 1893 AG entgegengebrachte Vertrauen ist mir seitens des Präsidenten des Vereins- und Aufsichtsratsvorsitzenden der AG Klaus Vogt in Gesprächen diese Woche und heute entzogen worden. Ich trete daher ab sofort vom Amt seines Stellvertreters zurück. Gleichzeitig betone ich, dass ich als Aufsichtsrat und Mitglied des Präsidialausschusses weiterhin meine ganze Energie und Expertise für den VfB einbringe, wenn es die nächste Hauptversammlung wünscht und beschließt auch für eine weitere Amtszeit. 1893 Grüße, euer Berti. Also die Pressestelle hat diese Nachricht nicht verfasst, das können wir mal festhalten, aber interessant war sie trotzdem. Vielleicht für den einen oder anderen kurz nochmal was zu Berti Suck. Er ist Gründungsmitglied und der Geschäftsführer des VfB-Fanclub Courage. Also hat da ein großes Umfeld, würde ich mal so sagen. Und er sitzt als Fanvertreter seit der Ausgliederung im Aufsichtsrat. Genau, berufen damals von Wolfgang Dietrich. Genau, da kommen wir nämlich auch noch gleich dazu. Denn die Frage ist natürlich, warum passiert das ja ausgerechnet jetzt? Zufall? Fragezeichen. Nee, ist es natürlich nicht. Das ist schon ein taktischer Move und brüskiert auch ein Stück weit Präsident Klaus Vogt, muss man einfach so sagen, wie es ist. Interessant ist natürlich auch, dass Suck im Aufsichtsrat und im Präsidialausschuss bleiben wird. Genau, deswegen kann man sagen, eigentlich ändert sich erstmal gar nichts, außer dass er Klaus Vogt nicht mehr bei Sitzungen vertrete, wenn er mal krank sein sollte. Genau, deswegen ist es ja eben auch ein sehr taktischer Move von ihm. Also er gibt eigentlich ein Amt auf, aber die wichtigsten behält er erstmal. Gerade der Präsidialausschuss ist ja ein mächtiges Instrument beim VfB nach wie vor. Absolut, da sind nur drei Leute drin. Die schnelle Eingreifgruppe quasi. Die Taskforce beim VfB. Und natürlich, jetzt wird über die Gründe spekuliert, also auch über die Gründe, warum Klaus Vogt ihm das Vertrauen entzogen hat. Also wir wissen jetzt ja gar nicht, wie er das gemacht hat. Also hat er ihn aus der WhatsApp-Gruppe rausgeschmissen oder hat er gesagt, ich brauche den nicht mehr, wir wissen es konkret. Auf Twitter blockiert wahrscheinlich. Wir wissen es nicht. Aber es gibt so ein paar Dinge, die man natürlich wieder hört, was natürlich auch darauf hindeutet, dass es an der Mercedes-Straße nicht nur brodelt, sondern überkocht aktuell. Also der Informationsfluss ist so ergiebig, dass mir nur Böse schwand, muss ich sagen. Es gibt zum Beispiel das Gerücht, und ich sage es gleich dazu, ich kann nichts von dem, was ich hier sage, validieren oder so, aber die Gerüchte halten sich hartnäckig. Also das ist wirklich, das hörst du jetzt nicht nur irgendwie, das wird uns nicht nur zugetragen oder so, sondern darüber spricht man, sei es jetzt mal mit einem Ultra, mit Fanclubs, mit Leuten bei Becherfand, also das sind Dinge, die gehen einfach rum. Deswegen kann man, glaube ich, schon mal das ein oder andere dazu sagen. Also es gibt das Gerücht, dass SUG 2017 von Dietrich und Port sozusagen als Dankeschön für eine gewisse Lobbyarbeit pro Ausgliederung in den Aufsichtsrat geholt wurde. Wie gesagt, wissen wir nicht, aber dieses Gerücht gibt es. Angeblich sei SUG wirklich so ganz klar auf Port-Linie gewesen, also pro Port und somit auch gegen Vogt. Und er soll sich dann im Datenskandal, jetzt weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll, also geholfen hat er nicht, so kann man es sagen. Und das soll wohl mit dieser Ausbotung, sag ich jetzt mal, diesen Vertrauensentzug begründen. Also deswegen soll dann wohl Klaus Vogt keinen Bock mehr auf ihn gehabt haben. Ich verkürze das jetzt alles. Es ist natürlich nicht nur Klaus Vogt, Leute, also bitte beruhigt euch. Ich bin jetzt dann hinten raus auch einfach etwas klamm, was die Fakten angeht. Aber im Endeffekt geht es schon darum, dass die keinen Bock mehr auf ihn hatten. Das hört man, ja, das hört man. Und dann hört man aber auch noch, dass SUG auch über diese Verpflichtungen von Lahm, Khedira und Gentner nicht informiert geworden, nicht informiert wurde. So. Also es wird wirklich langsam Zeit, dass wir nach Hause gehen. Und das alles führte dann eben dazu, ja, dass er sich zu diesem, zu dieser Nachricht hinreißen lassen hat und es offensichtlich einen gewissen Konflikt gibt mit Klaus Vogt. Ich denke mal, so kann man das zusammenfassen. Und wenn du mich fragst, also ich glaube, die Shit Show hat noch gar nicht so richtig begonnen. Ich glaube, da kommt noch was auf uns zu. Hängt natürlich auch alles jetzt momentan, diese ganzen Entwicklungen darf man nicht vergessen. Geht ein bisschen unter, weil es nicht groß kommuniziert wird, aber es hängt natürlich auch zusammen mit der Neubesetzung des Aufsichtsrats, die jetzt aktuell ansteht. Da müssen wir auch mal abwarten, wie das weitergeht. Aber ich habe das Gefühl, dass der VfB Stuttgart aktuell am Anfang einer schwierigen Phase steht und nicht irgendwie mittendrin ist oder am Ende. Also da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen was auf und zu. Wir sind es ja gewohnt, ne? Ich habe nur keinen Bock mehr drauf. Ich auch nicht. Vor allen Dingen ist ja so, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, aber während das Ganze im Clubhaus passiert, diese ganzen Ränkespiele, Kompetenzgerangel, Schattenboxen und so weiter, haben wir ja wirklich auch noch sportliche Probleme. Also du hast ja wirklich eine Lunte, die an zwei Seiten brennt und die sportliche Serie, Misserfolgsserie oder vielleicht dann hoffentlich auch mal Erfolgsserie kann ja auch Einfluss haben auf das, was dann da passiert. Weil wenn du jetzt mal zwei, drei Spiele gewinnst, was sehr unwahrscheinlich ist, werden die Fans vielleicht ein bisschen ruhiger. Aber wenn du jetzt zwei, drei Mal noch verlierst, werden die Fans halt noch unruhiger und die Situation kann sich dann wieder ändern und auch natürlich, schon oft angesprochen, auch die Position eines sportlich Verantwortlichen steht und fällt natürlich auch ein Stück weit mit den sportlichen Erfolgen der Mannschaft auf dem Platz. Deswegen ist es halt ein äußerst fluides Gebilde und das macht einen nicht glücklich.